Hallo YouTube! Willkommen zurück zur Riley Legacy. Ihr seht hier Nakoa, er ist wieder am Handy und ist auf der Suche nach einer Wohnung wie gehabt, die er sich leisten kann. Was ziemlich schwierig ist. Apropos Wohnung, ich habe ein Apartmentkomplex gebaut und er wird jetzt sich dieses Apartmentkomplex einmal genauer ansehen. Er hat gerade online einen Termin vereimert am Handy und wir werden den Haushalt umziehen lassen. 19.000, guck mal, hätten auch nur noch 4.000 gefehlt, weil ich habe den Twitch-Chat hier gerade abstimmen lassen, ob wir die Möbel mitmieten oder nicht. Und ihr habt gesagt, wir mieten die Möbel mit. Ich habe jetzt die letzten Tage und Wochen ein großes schäbiges Apartmentkomplex gebaut, wo Nakoa jetzt einzieht. Und ich habe jetzt, ich glaube, anderthalb Stunden damit zugebracht, dieses Gebäude zu platzieren, dieses Grundstück zu platzieren. Ich habe das Spiel dreimal abgestürzt und so ganz ausgereift ist es irgendwie noch nicht. Es war ein Kampf. Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt endlich einziehen können. Schön, dass du da bist. Das heißt schon wieder Rokaya-Felsen. Das ist das, die Refuge Apartments, Refuge. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Heißt Zuflucht, also Zufluchtsapartments quasi. Hier landen quasi alle, die im Leben so ein bisschen gestrandet sind. Und das passt ja auch zu Nakoa. Wir werden uns dieses Apartment hier leisten. Wie gesagt, wir mieten die Möbel mit. Also Free Real Estate. Und tschack. Jetzt müsste das gehen, richtig? Richtig? Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ich sage euch heute, ist so der Wurm drin. Anonymo-san, danke schön für dein voller Herzlichen Dank dir. Alles klar, Kira. Schön, dass du da warst. Oh Mann. Vor für Effekt einfach. Das ist einfach Vor für Effekt. Solange das Spiel nicht wieder abkackt ist, okay. Dann nehmen wir an den Ladebildschirm mehr mit. Ich mogel einfach mal und sage, wir kaufen uns die Einrichtung. Ich gebe ihm hier mal 30.000. Dann hat er irgendwie noch 7.000 Ersparnisse über. Und dann haben wir so eine Mischung irgendwie aus beidem. Ich glaube, das ist ganz gut. Außer halt umziehen lassen, dann brauchen wir den Cheat nämlich nicht. Ich glaube, das ist ganz schick. Vielleicht kann Nakoa ja sowas wie eine Kaution für die Möbel bezahlen. Herzlichen Dank! Uh, Kaution. Wäre sonst auch eine Idee. Ja, gerade bezahlt er ja super viel. Weil er hat ja fast 20.000 als Ersparnisse. Und jetzt hat er dann, wenn er einzieht, glaube ich, nur noch 7.000 Ersparnisse. Von der, das geht schon. Ja, das geht schon. Mila, Mila, Dankeschön für deinen Vorderfeld. Vielen, vielen Dank. So, jetzt nochmal. Bitte, ich will doch nur da einziehen. Möbliert, ja. Ist löd. Wir haben ein neues Zuhause. Wir haben ein neues Zuhause. Ich dachte eben wegen dem Cheat. Wenn das mit dem Cheat geklappt hätte, wäre das eine gute Idee gewesen, ja. Oh, wir fängt heute einfach. Aber wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Wir machen ganz entspannt weiter. Ganz entspannt. Wir sind im Einklang mit uns und dem Spiel. Aber immerhin ist die Musik im Hintergrund schön entspannt. Und passend zu meinem Weihnachtspullover. Ah, wir sind da. Wir sind da. Oh, Gott sei Dank. Das ist unser Apartment. Wir kommen hier rein. Ich habe es noch nicht gespielt, testet. Das machen wir jetzt quasi zusammen hier in der Ready Legacy. Hier ist unser Briefkasten. Oh mein Gott. Rechnungsinfo anzeigen. Oh, 1800 Meter. 1800 Meter. Dafür, dass es hier so schäbig ist. Also hier unten ist ein Wartungsraum. Hier wird halt wartet. Wenn Linus dann wirklich mal wartet und das nicht tut. Hier wohnen halt die WG-Mädels drin. Das ist unser Apartment. Hier ist der Eingang. Es war halt alles schon mal schicker. Besonders die Außenwände sind leider so ein bisschen vom Schimmel betroffen. Samu. Ich kann da gerade nicht rangehen. Warum holt sie denn jetzt am Automaten was? Hier ist die Küche. Also hier sind Säulen. Die blenden sich nur aus, wenn ich ranzoome. Die haben hier einen kleinen Balkon. So nach vorne raus. Hier kann Nacoa malen. Hier ist das Wohnzimmer. Alles an hölzernen Tönen gehalten. Hier gibt es ein kleines Badezimmer mit den Tomorank'schen Toiletten. Hier ist quasi dann das Schlafzimmer von Nacoa und dann von Felin. Hier ist so eine kleine Spiele-Ecke. Und hier kommt es dann ins Kinderzimmer. So, das ist die Wohnung. Also wir haben hier auch eine Feuertreppe. Die machen wir ganz hoch. So sieht das von hinten aus. Natürlich auch mit Feuerleiter. Wir haben hier so einen kleinen Spielbereich. Wir haben vorne Parkplätze. Aber auch hier so ein bisschen was zum Sprühen und Parken, Spielen, Mülleimer. Hier kann man grillen, wenn man Bock drauf hat. Und ja, nicht alle Apartments sind belegt. Ihr seht hier, das ist zum Beispiel geschlossen. Und der oberste Etage ist auch komplett gesperrt. Weil, ja, da sehr, sehr, sehr starker Schimmelbefall ist. So, Nacoa hat die Badewanne entdeckt. Schön. Denk dran zu speichern. Ja, ich speichere einfach direkt jetzt. Damit das einfach flüssig funktioniert. Einfach mal gerade. Meine Güte. Dann können wir jetzt Felin anrufen und sagen, Felin, wir haben endlich eine Wohnung gefunden. Möchtest du direkt vorbeikommen? Felin wird wahrscheinlich nicht so begeistert sein von den Apartments hier. Aber es ist halt besser als gar nichts. Und sie haben eine eigene Wohnung. Eine Wohnung, die, also, Nacoa hat die Wohnung wahrscheinlich bekommen, weil er Samus' Unterschrift gefälscht hat. Weil Nacoa ist ja eigentlich noch gar nicht volljährig. Felin wird gleich da sein. Ja, wundert mich nicht, dass sie nicht in der Schule ist. Da kommt sie. Hallo, Felin. Äh, hereinbitten. Hallo, Felin. Hier, das soll kein Lichtschalter sein. Das soll eigentlich eine Türklingel sein. Ich glaube, ich sehe das erste Mal eine Kursflosse. Die ist schön, oder? Ich liebe seine Flosse. Oh, so schlecht scheint sie das hier nicht zu finden. Erstmal vorgeben, tough zu sein. Wange küssen. Und dann werden wir sie fragen, ob sie bei uns einziehen möchte. Oh, jetzt kriege ich Schluck auf. Oh, was war das denn? Was war das denn? Wo frage ich sie denn nochmal? Ein Grüßungskomitee. Ach. Zack. Sie wohnt bei uns. Oh, süß. Süß. Guck mal, wir haben hier auch noch Bilder, die wir hier reinhängen können. Nakoa und seine Mama. Was ist das für ein Bild? Ist auch Nakoa und seine Mama? Schön, dass du da bist. Nakoa und sein Papa, weil er liebt ja seinen Papa natürlich trotzdem, ne? Hier mit Ayana haben wir auch ein Bild. Haben wir da noch... Oh, das sind alle so schlechte Qualität. So, Familienbilder. Da war noch ein Preteen. Das Baby. Das Baby. Das Baby. Werden wir das alles ein bisschen wohnlicher noch machen. So. Hören wir hier nochmal ein Bild auf. Ah. Wollen wir das dann hier irgendwo aufhängen? Die Arme haben nicht mal Vorhänge. B. 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 Und... Zack. So. Haben wir wenigstens ein paar Bilder. Wir müssen das wohnlich machen. Sonst ist es doof. Oh, das Bild ist so süß von Ayanna. Und von Narkur. Vom Abschlussball. Also vom Herbstball, glaube ich. Machen da mal Rahmen drum. Mit Kai. Ist auch toll. Dunkels Holz. Hier mit Filin Rahmen hinzufügen. Dunkels Holz. Filin mag flirts. Oh, das große Bild. Wir haben keinen Platz mehr. Auch hier. Oh, schön. Dunkels Holz. Narkur und seine Zwillingsschwester. Als Kinder. Wir haben hier auch einfach noch so viele Bilder. Aber ich glaube, die sind alle doppelt und dreifach. Ich glaube, die können wir auch tatsächlich weg. So. Wo seid ihr denn? Ach, im Garten. Okay, vielleicht nächstes Mal. Ja, sorry. Nachbarn kennenlernen. Können wir mal was anderes machen. Da ist unser Vermieter. Leides. Da war er. Da war er. Knitfigur. Hi, schön, dass du da bist. Guten Morgen. Blacklumen. Dankeschön für deinen Follow. Ganz, ganz herzlichen Dank dir. Und ich schaffe jetzt mal live dabei zu sein. Wie geht's dir? Wie geht's gut, Anni? Wie geht's dir? Kalina. Hallo, Kalina. Schön, dass du da bist. Wir lassen sie aber mal... Ja, okay. Ich glaube, wir vertrauen Kalina. Wir vertrauen Kalina. Wir sind abgehauen. Er ist auch abgehauen. Ich glaube, die verstehen sich. Aber ich werde ihre Schwangerschaft, glaube ich, mal fortsetzen. Weil ab jetzt dürfte sie quasi das Baby bekommen. Weil ich habe die Schwangerschaft ja pausiert, damit sie das Kind nicht bekommt, während sie mit Nakoa noch gar nicht zusammen wohnt. Kalina auch so... Oh Gott, hier wohnst du jetzt? Ja, das ist die einzige Wohnung, die ich mir leisten kann. Kalina. Okay. Aber du kannst doch hier nicht in der Schimmelbude wohnen. Ja, was soll ich denn machen? Das ist besser als auf der Straße. Du brauchst die Verkaufsautomaten nicht durchsuchen. Ihr habt hier Abendessen servieren. Mach mal eine burmesische Samosa-Suppe. Das ist gut. Mach das bitte. Ihr habt irgendwas mit Minus-Mieteinheit bekommen. Welche Rallys sind das gerade? Das ist Nakoa. Hey wie, du kannst nicht kochen. Habe ich das doch zu sehr voll dekoriert hier? Habe ich das zu voll dekoriert? Muss das weg? Kannst du dann jetzt... Kannst du dann kochen? Wie gesagt, ist noch nicht gespieltestet. Wo hast du es jetzt hingestellt? Nakoa, wo hast du es hingestellt? Wo hast du das hingestellt? Nakoa! Wo hat das hingestellt? Okay, dann versuchen wir das nochmal. Müssen wir nochmal Geld ausgeben. Vielleicht sollte sich Nakoa mit dem Vermieter anfreunden. Vielleicht ist Lainis dann gnädig und macht was an der Bude. Ja, ich glaube auch, wir sollten uns mit ihm anfreunden. Ja, ich habe zu viel dekoriert. Ah, ich hätte gehofft, ich habe hier genug Platz gelassen hier an der Ecke, dass die hier noch kochen können. Aber nein, scheinbar nicht. Deko war mir immer wieder wichtiger. Ähm, Carlina, du bist hier ein bisschen im Weg. Alter, was machst du denn? Du bist laut, Frau. Du bist laut. Guck mal, ich habe hier einen Schminktisch für dich. Ähm. Gemacht. Ihr pink, violett, gold. Goldene Augen, pinker Lipgloss. Mach das mal. Ich benutze diesen Schminktisch so selten. Nutzt ihr den? Regelmäßig? Ich mache da irgendwie nie was mit. Oh, Nakoa. So toll im Kochen bist du nicht, ne? Es ist voll komisch, mit Nakoa jetzt hier drin zu spielen. Ich bin gestern den ganzen Tag hier drin in der Bude gerockt und überall Schimmel platziert. Und jetzt spiele ich hier drin. Nakoa. Oh. Carlina macht Yoga. Oh, ich liebe ihr Outfit. Es ist so ein schönes Sportoutfit. Kai. Kai, gerade ist schlecht. Gerade ist schlecht. Hm. Das ist die Schmecken. Die sind noch Einkäufer. Der Schminktisch ist aus... Also wir haben verschiedene, glaube ich. Ich glaube, wir haben mittlerweile verschiedene Schminktische aus verschiedenen Packs. Toilette funktioniert. Wunderbar. Ai, 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 ai. Ich habe nur Base Game. Ähm, Base Game gibt es das, glaube ich, nicht. Das ist ein Fleck. Ich wollte den schon aufwischen. Oh, schön, dass du da bist, Carlina. Lustiges Video ansehen. Ihm geht es so schlecht. Ihm geht es einfach so schlecht. Du darfst mal aufräumen. Die Situation ist schon wieder bei ihm so krass runter. Er war doch vorhin baden. Oder habe ich ihn vorhin unterbrochen? Und dann darfst du duschen. Ja, Kai laden wir auf jeden Fall ein. War erst in Sacoa wieder ein bisschen besser geht. Weil der war jetzt, ich glaube, zwei, drei Tage obdachlos. Und, ähm, der muss sich erst mal davon erholen. Berlin. Du hast auch Hunger. Du kannst ja auch was zu essen nehmen. Nacoa hat extra gekocht. Ja, mit ihrem Baby-Bab. Die macht immer wieder Halbwände. Ich glaube, das ist ein bisschen eng sonst. Wie schmuddelig das ist. Oh. Oh, Nacoa. Was hast du dir da eingebrockt? Ich mache mal mein Date bitten. Freunde werden mit Dominik. Ich weiß gar nicht, wer das ist. We roll it. Und? Ne, da kennenlernen. Deine Mom ist tot. I'm so sorry, Nacoa. I'm so sorry. Warum ist Kalina eigentlich schon wieder so kokett unterwegs? Weiß das einer? Wir haben uns doch für keine Erben entschieden. Wir spielen aktuell beide. Also wir wechseln so ein bisschen. Guck mal, jetzt geht's ihm besser. Ach, guck mal, jetzt sieht man die Sachen hier. Welch Halbwände angemacht hat. Ich wollte die Sachen eigentlich wieder löschen, weil ich ja die Sachen darüber platziert hab. Aber ich konnte die nicht löschen, weil das es nach oben gelöscht hat. Also die Bücherregale sind wahnsinnig schön, aber bei mir auf jeden Fall so buggy gerade. Nacoa, du musst nicht immer den Verkaufsautomaten durchsuchen. Was willst du denn hier oben? Hier oben ist nicht deine Etage. Du willst nach ganz oben? Also du weißt schon, dass... Und hier unten haben wir gar keiner. Doch, hier. Hier sind doch auch welche. Die Wehen haben eingesetzt. Das ging jetzt doch ein bisschen schneller. Als gedacht. Felin. Ja, gut, dass Carlina jetzt geht. Vielen Dank auch. Ähm, ja. Wir werden das Baby im Krankenhaus bekommen, würde ich sagen. Hatten wir jetzt schon einen Namen? Baby im Krankenhaus bekommen. Mitmachen. Und wir nehmen natürlich Nacoa mit. Auf jeden Fall. Hm. Ja, sie hat geflirtet. Ich weiß nicht, was sie geflirtet hat. Aber sie hat Carlina angeflirtet. Jetzt liegt mir, das steckt doch ein bisschen Blöd im Bauch. Ich muss mal eben hier wieder mein Wundermittelchen nehmen. Geht sofort los. Ja, ich nehme hier so einen Magen... Oh, nein. So ein Magending. Eins, zwei... Komm schon. Drei. 30 Tropfen brauche ich davon. Gerade will ich nicht rauskommen. Vier, fünf... Ah, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechszehn, siebzehn, achtzehn, neun, zwanzig, einundzwanzig, zwanzig, zweiundzwanzig, immer noch Ladewittschirm. Dreiundzwanzig, vierundzwanzig, zwanzig, 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 siebenundzwanzig, achtundzwanzig, neunundzwanzig, dreißig. Na, Koa! Ist kalt! Oh, die Tropfen sind eklig. Zieh dich um! Ich habe doch gesagt, heute ist so der Wurm drin. Heute ist so krass der Wurm drin. Warum hat er jetzt nur noch Badekleidungsoutfits? Warum hat er nur noch Badekleidungsoutfits? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Es sah aus, als hätte Feline geflirtet. Malen? Du willst dich jetzt beruhigen und malen? Immer noch Kianos Auto. Na, Koa, komm mal bitte hoch. Wir ignorieren sein Outfit. Wir ignorieren es einfach. Du kannst dich schon mal bei Lucifer anmelden. Oh, bist du schon in der Babystation? Oh, hier wurde wieder was entfernt. Oh, ich krieg's kotzen. Mal was anzuklicken. Er hat ja eigentlich gerade sein Outfit an. Zack. Nee. Nee. Er hat nur Badekleidung gerade. Was soll das? Ich weiß nicht, was heute los ist. Heute ist so der Wurm drin. Oh, hier wurde aber ein Bett nicht gemacht. Das geht... Na, Koa kann das Bett machen. Na, Koa kann das Bett machen. Ernsthaft? Leiste deiner Freundin mal bitte Gesellschaft. Sei bei der Geburt deines Babys dabei. Wer holt das Kind auf die Welt? Nicht Diaball. Hat Diaball heute frei? Ich mein, naja, eigentlich unser Glück. Sonst hätte er uns wahrscheinlich verpetzt. Ja, ist gut, dass Diaball frei hat. Ist gut, dass Diaball frei hat. Das wird... Mädchen ist es, glaube ich, ne? Mädchen? Vorelterliche Panik. Oh, NaKoa, Baby. Oh, Baby. Teenager-Vater. Ah. Boah, ich bin so gespannt, wann er erfährt, dass es nicht sein Kind ist, ne? Und wie er es dann aufnimmt. Du hast Hunger, ich weiß. Warte bitte erst mal ab, bis das Kind auf der Welt ist. Er läuft hier echt rum wie so ein aufgestocktes Hühnchen. Na, Koa. Na, Koa, alles gut. Oh, Gott. Oh, Gott. Ein Mädchen. Heißt natürlich wie die Mama, deswegen Darcy. Aber die beiden sind ja nicht verheiratet. Okay, ähm... Marleen, Emilia... Hatten wir das letzte Mal... Hatten wir letztes Mal nicht schon einen Namen rausgesucht? Ich weiß es auch nicht mehr. Marleen kriege ich, glaube ich, nicht richtig ausgesprochen. Martha? Oder Martha? Emilia hatten wir schon mal. Hm, 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 hm. Estefana. Es muss halt ein Name sein, der zu Phelene passt. So nicht, dass NaKoa den Namen aussucht. Also, die haben wahrscheinlich schon gemeinsam überlegt. Aber ich glaube, Phelene hat halt... Ich sag mal, mehr Stimmgewalt. Möchte sie jedenfalls. Mathilda. Anni, Edine, Elindra. Gelettis. Gelettis finde ich auch cool irgendwie. Phelene, Celine. Du willst mich nur durcheinander bringen, oder Maria? Haruno. Amelin. Onyx. Misu. Oh, Misu ist auch süß. Vanessa? Nee, nicht Vanessa. Lilly. Zena. Yumi. Elspeth. Alexia. Tiffany. Tiffany kann ich mir vorstellen, dass Phelene ihre Tochter Tiffany nennt. Was sagt ihr zu Tiffany? Tiffany kann ich mir richtig gut vorstellen. Ist auch ein schöner Name irgendwie. Tiffany. Ich glaube, ich nehme Tiffany, ihr Lieben. Ich glaube, ich nehme Tiffany. Und die Pinnwand ist voll. Zack. Sie haben ein Baby. Und es ist nicht hier. Das Baby ist nicht hier. Okay, dann reisen wir aber schnell wieder nach Hause. Und kümmern uns um unsere Tochter. Und Akur ist, glaube ich, so aufgeregt. Oh mein Gott, ich habe jetzt eine eigene Familie. Gut, dass ich jetzt die Wohnung gefunden habe. Es war gerade noch rechtzeitig. Jetzt haben wir eine Wohnung, wo wir eine glückliche Familie sein können. Wo wir alles aufbauen können. Und ich glaube, sobald sie junge Erwachsene sind, möchte Nakura eher auch einen Heiratsantrag machen. Und das alles offiziell machen. Dass sie auch alle den gleichen Nachnamen haben. Und so. Er lebt halt so in seiner idealen Welt. Es ist ja die Frage, ob es dann auch so kommt, wie er sich das vorstellt. Ich warte ja quasi nur darauf, dass Tiffany's leiblicher Vater auftaucht. Und das Ganze so ein bisschen sprengt. Oh ja, das mit der Badehose ist so Käse. Ich hoffe, dass es jetzt im Apartment wieder normal ist. Dass es jetzt nur so ein Krankenhausgrundstück-Ding war. Er hat immer noch nur seine Badekleidung. Oh, das mit der Badekleidung ist doch Käse. Was soll das? Oh Mausi, du musst aber in dein Zimmer. Aber du kommst hier hin. Und wenn du ein Säugling bist, kommst du da rein. Ja, kein Wunder, dass dir kalt ist. Vielleicht, wenn du einmal duschen gehst. Vielleicht geht's dann besser. Mit Kai hat sie auch Romantik? Hä, wo ist denn... Wo ist denn der Kindsvater? Ich sag nicht, der hat den Kindsvater vergessen. Das ist doof. Hast du ihn kennengelernt? Ah, das gibt's doch nicht. Wie soll er vorbei? Ah, gucke mal. Duschen hat funktioniert. Duschen hat geholfen. Ah. Dann müssen wir ihn irgendwie nochmal kennenlernen. Das ist ja jetzt ungünstig. Denny Heidi. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo. Wegen Angst, Eltern zu enttäuschen. Oh, das hat er jetzt ständig. Das mach ich. Nimm mich immer weg. Du wirst deine Tochter einmal schaukeln und reden und die Posen und knüpfen und Grimassen schneiden und angurren. Oh, der Koa ist so ein stolzer Papa. Er ist so ein stolzer Papa. Ja, es ist ein Mädchen. Es ist ein Mädchen. Ah, ich kann leider noch nicht auf sie zugreifen. Verstoß gegen Mietregeln? Ruhe und Frieden ist das Motto des Tages und der Haushalt Riley, der von der Mieteinheit ähm, der in der Mieteinheit wohnt, hat mit seinem störenden Lärm gegen diese Regel verstoßen. Zahle eine Geldstrafe in Höhe von 250 Simoleons an den Sim, dem das Mietobjekt gehört oder du musst mit ernsthaften Konsequenzen rechnen. Ähm, es ist ein Baby. Es ist ein Baby. Es ist ein Baby. Ihr sollt nicht ständig oben die Verkaufsautomaten durchsuchen, zumal ihr unten auch welche stehen habt. Du kannst mal Staubsaugen für ihn. Geh mal Staubsaugen. Also Staubsaugen mache ich viel zu selten bei Sims. Bei Sims. Daniela, Daniela, schön, dass du da bist. Der Horrorvermieter mag keine Kinder, aber man merkt es. Man merkt es richtig. Er ist so trollig. Er ist so trollig als Papa. Oh, das bricht mir so, dass er jetzt so angespannt ist. Er ist so angespannt, ne? Ich musste gerade so lachen, als ich den Namen gelesen habe, weil ich sofort an Dead by Daylight und das neueste Killer-Chapter denken musste. Oh, das kenne ich gar nicht. Oh, der Eigentümer ist unterwegs, um einige Verstöße des Mitvertrags zu reden. Okay, Nakua. Wir liegen hier mal auf zu Staubsaugen. Geh ruhig schlafen. Du hast eine anstrengende Geburt hinter dir. Durch Besuch ausgelöste Türpanik. Hallo, Linus. Er denkt sich so, nope, ich schlafe weiter. Mitten in der Nacht, Linus, also es ist 1 Uhr nachts. Ist auch ein bisschen hell hier, ne? Aber ich konnte die, weil ich konnte die, ähm, Lichter leider nicht untermachen. Irgendwie hakelte das. Rauswurf verhinderte. Haushalt Riley wurde mit einem Verstoß gegen die Miet, gegen den Mietvertrag erwischt. Dieses Mal bleibt es bei einer Verwarnung, doch das nächste, äh, nächste Regelbuch oder das Ausbleiben der Mietzahlung wird nicht glimpflich verlaufen. Wenn du dich an den Eigentümer sind, um wegen Regelverstößen eine Strafe oder überfällige Miete zu bezahlen, bevor dein Haushalt auskartiert wird. Alter, schnüffelst du gerade? Also erst mal fröhlich vorstellen. Ne, er wartet. Er guckt, ob die Sachen hier alle gut sind. Stimmt, sagt es mal, die eigene Nacht Staubsaugt. Oh mein Gott. Gerade ist bei mir der Groschen gefallen. Neugierig und kleptomanisch. Oh, bitte klau unsere Sachen nicht. Bitte klau unsere Sachen nicht. Ja, was hast du gemacht? Über unfaires Leben, ja man. Nakoa, das war jetzt vielleicht nicht das klügste. Mietobjekt. Ähm, zahl bitte die Strafe in Nakoa. Dann kannst du, ähm, ihm mal schmeicheln. Ja, wir bezahlen's doch, wir bezahlen's doch. Um Inspektion... Schmeicheln, okay, alles klar. Über Regeländerung diskutieren für... Ähm, hier brauchen wir eigentlich nicht, ne? Kompliment über Mietbedingungen machen. Ja, ne, das machen wir nicht. Um Inspektionsbitten. Uh. Okay, das ist sehr cool. Das erste Mal, dass ich so richtig als Mieter hier überhaupt spiele. Ist er jetzt gegangen? Ja, Linus geht nach Hause. Da sind wir ja nochmal davon gekommen. Ich schalte mal auf automatische Lichter. Automatische Lichter, alle Lichter. Wunderbar. Flur ist immer an, macht aber auch Sinn irgendwie. die erste Nacht im eigenen Apartment. Ist irgendwie süß. oi, 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 oi. Verlin möchte aufstehen. Das ist gut. Guck mal. Dann kannst du das Baby einmal füttern und stillen. Was treibt er denn hier schon wieder? Linus. Nakoa knuddeln. Nakoa knuddeln. Das pinne ich an. Was macht der da? Erziehungslevel 1. Hallo, precious Baby. Ich wollte jetzt auf das Baby klicken. Mann, 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 ich muss ja auf die Wiege klicken. Hilf mir auf die Stirn küssen. Aber gestillt hast du sie jetzt schon? Dann kannst du einmal, das ist schon fast morgens, aber du darfst einmal verwenden und dann darfst du dich nochmal für ein Nickerchen hinlegen. Schwellende Wut wegen Verbitterung gegenüber jemandem. Gegen wen denn? Boah, verärgert. Nein, das mache ich weg. Ihr seid nicht mehr in der Schule. So. Oder? Du bist noch in der Schule. Aber nicht mehr lange. Manoli, hallo, schön, dass du da bist und danke schön für deinen Follow. Ganz, ganz herzlichen Dank dir. Ich muss sagen, ich mag Linus. Warum magst du Linus? Ist das diese Badboy-Energie? Simba, guten Morgen. Eli, hallo. Wir haben hier einen Yoga-Bereich, wir haben hier einen Schach-Bereich und der Chor muss man wieder malen. wegen so ein bisschen Geld sparen, aber ich glaube, gerade so als Jungpapa ist das gerade ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ach ja, das hingestellt. Ja, das kann jetzt im Müll. Ach, sorry. Okay, sie geht nochmal zum Baby. Na, cool, du kannst auch aufstehen, du kannst dich schon mal aufräumen. Dann darfst du einmal, ich dachte, das müffelt hier. Oh nee, das ist nur das Schimmel. verwenden. Dann darfst du nochmal ein Bad nehmen und dann könnt ihr frühstücken. Reste nehmen und sie kümmert sich um Töchterchen. Hier sind auch schon ein paar Spielsachen. Oh, das wird bestimmt ganz toll. Wie geht's gut, Simba? Dankeschön, wie geht's dir? hier. Maracan, guten Morgen. Oh mein Baby, geht's gut, du darfst jetzt auch Reste nehmen. Nein, keine Schule. Keine Schule. Ich gucke mal, ob ich hier irgendwelche Sims kenne, aber die kenne ich nicht. Die Lotterie haben wir nicht, wir sind Teenager, wir können da sowieso nicht mitmachen. Kamst du zurecht? Im Hocken kannst Handy gehen. Schön. Schön d'accord. Guten Appetit, Philipp. Wie geht's auch gut? Das freut mich. EA behauptet mal wieder, dass ich kein Sims 4 hätte. Momentan, warum ist heute so der Wurm drin bei uns? Warum ist heute so extrem der Wurm drin? Versteht das einer? Aber denen geht's voll gut. Guckt euch das an. Den geht's richtig gut. Ich liebe seine Flosse. Die ist für die Badewanne nur ein bisschen zu groß und die hatte leider keine Möglichkeit schwimmen zu gehen und es regnet. Warum regnet das denn jetzt? Müll lernen. Mach das. Das ist gut. Ach, das ist das Ding, was ich höre. Ich dachte die ganze Zeit so, hä? Was höre ich da die ganze Zeit? Was ist das? Das ist doch langweilig, wenn alle Sims rumlaufen, wie vom Regenbogen geküsst. Ein richtig gut gelungener Bad Boy, der bringt Würze ins Spiel. Das freut mich. Veränderung der Mieteinheit-Bewertung. Die Bewertung einer Mieteinheit wurde aufgrund von Änderungen im Baumodus aktualisiert, wie zum Beispiel durch das Hinzufügen oder Entfernen von Objekten oder als Folge einer Situation im Live-Modus, die die Einheit betrifft. Pass gut auf, denn eine höhere Bewertung führt zu einer höheren maximalen Miete für die Einheit. Es ist ein Babywert hinzugekommen. Es ist nur ein Babywert hinzugekommen. Jetzt sagt nicht, wir haben eine höhere Miete. Wir haben Strafen. Wir müssen tatsächlich 43 Simoleon mehr bezahlen. Also wir haben Steuervergünstigung plus 14, aber Wasser müssen wir 2 Simoleon bezahlen. 2 Simoleon, ja. Und Strom 56. Warum? Warum? Der Kurbe dürfte sich zu beweisen. Telefonpanik wegen Angst vor Rauswurf. Der ruft dich an. Na, der Rektor. Ah. Ja, Feline, lass einfach liegen. Hält hier sowieso nicht auf. Kann ich? Ah, muss er sie am PC machen, ne? Dass sie nicht zur Schule geht. Die haben, glaube ich, keinen Computer. Oh Gott, ja. Ah, das müssen wir aufhängen. Zack. Und zack. Oh Gott, ich muss mal ganz kurz pipi. Ich bin gleich wieder da. Ja, ich beeil mich. Bin ich wieder? Lady Maya, hi, schön, dass du da bist. Ist der Plan, dass sie irgendwann aus der Bruchbohle auch wieder ausziehen oder sie renovieren? Ich würde sagen, wir lassen das auf uns zukommen. je nachdem, wie sich halt die Story auch entwickelt. Nakua ist richtig motiviert. Morgen ist Weihnachten. Morgen ist einfach Weihnachten. Er ist zu Weihnachten abgehauen. Oh mein Gott. Dann müssen wir einen Weihnachtsbaum holen. Dann brauchen wir einen Weihnachtsbaum. wenigstens das. Uff. Drei. Achten. Ah, ich fütter lieber hier. Hex, Jahreszeiten, zack. Mh, 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 ja. Uh, das war eng. Das ist sehr eng. Ich glaube, da müssen wir die Hocker mal beiseite stellen. Dann können wir den schmücken. Das machen wir jetzt. Dekorieren. Hi, Kai. Hast du Lust, heute Abend mit mir abzuhängen? Ja, wir haben halt niemanden für die Kleine. Daher können wir leider nicht. Nee, nee, nee. Bauen? Äh. Das ist nicht dein... Du kannst doch nicht einfach in fremde Wohnungen gehen, Felin. Hier, geh mal bitte hier helfen. Hier unten einen Baum schmücken. Ich hab das doch auch als Dings markiert. Für die Wohnung. Ja, es läuft wie am Schnürchen. Die Idee gab es ja schon mal bei Tiana, dass sie nach und nach ein heruntergekommenes Restaurant renoviert. Äh, die Idee fand ich spannend. Wir hatten das halt erst bei, ähm, bei Cinderella. Deswegen wollte ich das bei Tiana nicht schon wiederhaben. Ich will nicht, dass ich immer so viel wiederhole, weißt du? Jetzt dekorieren sie zusammen den Weihnachtsbaum. Das ist süß. Der Eigentümer sind es zu Besuch. Linus, was willst du jetzt schon wieder? Wo ist er? Linus? Wo treibt er sich schon wieder rum? Es ist komisch, jetzt plötzlich der Mieter von Linus zu sein. Du warst ja fix fertig. Ne, bleib mal bitte hier. Bleib doch einfach mal in deiner Wohnung. Schmuck. Äh, gelb und weiß. Die dekorieren den Baum einfach ganz wild mit Sachen, die sie irgendwie gefunden oder gestiftet gekriegt haben oder sowas. Und Gerlande. Popcorn und Preiselbeeren. So, das macht die. Oh, lass die Dinger nicht fallen. Opheline ist krank. Aber Tiffany ist ein ruhiges Kind, ne? Die liegt hier, ist wach und ist einfach happy. Einfach ein happy Baby. Oh, süß. Verbringen die ein schönes, gemütliches Weihnachten zusammen. Und Akua denkt die wieder an Mieterdinge. Ah, Linus! Du hast dich ja wirklich sehr rechtzeitig angekündigt. Was möchtest du? Ich besuche ausgelöste Türpanik. Dann hör mal auf zu schmücken. Ja, Türpanik. Oh, ich fühle das so. Das ist so relatable. Oh, das ist relatable. Linus! Wolltest du uns nur Angst dahin jagen? Dass du klopfst und dann einfach wieder gehst? Du bist ein Spinner, bist du. Jetzt seid ihr da gar nicht fertig. Doch Felina ist alleine weiter. Schön, dass du den Müll von draußen einfach reinholst, statt den draußen in die Mülltonne zu werfen, Dacua. Hier, Müll lernen. Ich liebe das Outfit immer noch sehr. Jetzt hat er ja wieder Kleidung. Guck mal, das funktioniert sogar hier auch. Wunderbar. Oh, Dacua. Hier sind ja sonst auch Mülltonnen. mit für den Klaudern. Ich brauche für den Baum echt lange. Oh, schön. Ist überhaupt nicht zusammen, aber egal. ich muss gerade so viel aufstoßen, Leute. Es tut mir so leid, ich hoffe, ihr hört das nicht. Oh, Kinders. Wenn man nicht wissen würde, dass Fili noch so in ihrem Exfreund hängt, ne? Nein. Beschränkt euch bitte einfach mal auf euer Apartment. Ihr müsst euch immer hier auf dem ganzen Grundstück rumlaufen. Sie wollen nämlich immer hier hochgehen, aufs Dach und das Ding reparieren, weil es regnet. Und das sehe ich immer gar nicht ein. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Kalina, ja klar. Wenn Kalina anruft, gehen wir mal ran. So, so dekorieren, die wir dann da aufhängen. Ich weiß, du bist krank. Vielleicht machst du dir gleich mal einen Tee. Was hältst du davon? Achso, ich muss erst Wasser aufkochen. Okay. Ne, Felin, alles gut. Alles gut, Nakoa geht schon. Kalina, ich muss auflegen. Baby schreit. So, angurren und reden. Posen. Neugeborenes. Tiffany Darcy. Kann Felin sich mal mit ihrem Ex treffen? Oh, das können wir tatsächlich machen. Wenn wir ihn finden, dann reise ich nämlich mit Felin mal weg und ich hoffe, dass er irgendwo auftaucht. Felin wird einfach sagen, sie geht irgendwie einkaufen oder sowas und lässt Nakoa dann alleine mit dem Baby zurück. Nakoa und Tiffany haben ein gutes Verhältnis zueinander, verstehen sich gut, er kann sich super um sie kümmern und Felin geht halt einkaufen. Ich müsste erstmal dafür sorgen, dass sie sich überhaupt kennenlernen. Ich weiß nicht, warum sie sich aneinander schon wieder vergessen haben. Oh, er hat Erziehungslevel 2. Eigentlich hatten die ja auch Romantik zusammen, Felin und ihr Ex. Obviously. Es ist ein Kid entstanden, also natürlich. Ich glaube, sie reist immer nach Samai Shuno. Vielleicht sagt sie auch, sie will noch ein paar Kleidungsstücke holen von ihrem alten Zuhause. Gehen wir mal zum Metro. Das würde auch zur Story passen. Hoffentlich finden wir ihn dann. Dass er sich vielleicht auch wieder zufällig am Bahnhof begegnet sind und dann können wir das wieder einstellen. Ich glaube, das fände ich ganz gut. Seid ihr eigentlich in Weihnachtsstimmung? Oder geht das dieses Jahr bei euch eher so ein bisschen dran vorbei? Wir haben gestern erst den Weihnachtsbaum geschmückt. Irgendwie ist es so ein bisschen knapper dieses Jahr, weil der vierte Advent gleichzeitig auch heiligabend ist. Aber irgendwie eine Woche weniger fühlst du in Weihnachtsstimmung. Ich weiß auch nicht. Irgendwie so richtig Weihnachtsfeeling will noch nicht so ganz aufkommen. Nick! Oh, ich liebe auch Nick, ne? Nick ist irgendwie auch mein Baby. Ich weiß auch nicht. Ich habe ihn nur erstellt. Er ist kein geborener Sim, aber Nick habe ich irgendwie ganz besonders ins Herz beschlossen. Warum fandest du die Weihnachtsmusik belastend? Die Stunden haben wir alles vorbereitet. Ich habe teilweise so Phasen über die volle Weihnachtsstimmung und Phasen, wo ich so gar nicht in Weihnachtsstimmung bin. Ist komisch, oder? Ich glaube schon, die Exos irgendwo auftauchen. Ist er hier unten vielleicht? Guck mal, wer hier sitzt! Die Anwalt, was machst du denn hier? Was machst du am Bahnhof? Er genießt seinen freien Tag. Vielleicht hat er, ja, vielleicht hat er sogar Urlaub. So, Weihnachtsurlaub halt. Würde schon passen. Dann feiern wir Weihnachten das erste Mal ganz alleine. Ohne Familie. Könnt ihr euch noch an letztes Jahr Weihnachten erinnern? Da waren wir in der Christmas Lodge im Weihnachtsurlaub. Und jetzt? Ich wollte gucken, wer das ist. Ey, du bist es nicht. Komm, schau, der muss doch irgendwo hier sein. Hello! Singfähigkeit erworben. Das ist gut. Im letzten Stream ist er so oft aufgetaucht, wenn Nakoa so seine Sachen verkauft hat. Und jetzt? Hier ist Siva. Das ist komisch, Siva zu sagen, weil Siva heißt auch die Hünde meiner Schwiegermutter. Guck mal, Chin May ist hier. Aber nicht der Sim, den ich eigentlich suche. Ich dachte, am Bahnhof hätten wir ganz gute Chancen. Die Arbeit ist überall, ja. Er ist einfach überall. Nein und etwas. 6-6. Also es scheint relativ, ich sag mal, ausgeglichen zu sein. Außerdem, Patterson und Finn ist Weihnachtsfilm noch keinen einzigen Weihnachtsfilm geguckt. Einfach kein Bock drauf. Oh, wir haben letztens auch einen Weihnachtsfilm geguckt. Und zwar einen richtig schönen. Alayna und Jawohl. Nee. Das bin ich, das ist mein Self-Sim. Das bin ich. und warum bin ich so gelangweilt? Fuba Hund und Knetfigur, danke schön für eure Follows. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ganz, ganz herzlichen Dank euch. Da habe ich noch lange Haare. Alter, warum backe ich so rum? Ich glaube, ich muss mich mal zurücksetzen. schön, dass ich hier einfach soll. Wo habe ich Habi gelassen? Warum backe ich so? Der ist so da oben drin im Spiel. Ich weiß es nicht. Hast du dir Kuchen gekauft? Fluffiger weißer Flauschkuchen. Wo hast du den denn jetzt her? Automaten? Drück dir mal einen Kaffee in die Hand. Der hat noch das Kissen im Gesicht. Ace ist auch hier. So viele Sims, die ich erstellt habe, laufen hier am Bahnhof rum. So, der Bahnhof. Wenn ich einen Sim suche, gehe ich immer zum Bahnhof, weil da gefühlt immer alle Leute sind. Aber dir war das doch kein Urlaub. Das ist dein Arztkittel. Das ist dein Arztkittel. Ähm, ja, treffe ich immer alle Sims hier. Aber den Sim, den ich gerade suche, nicht. Chinmei ist auch schon wieder hier. Warte, das ist er, glaube ich. Nein, das ist er nicht. Ah, verdammt. Ah, ich dachte, das ist er. Ich habe es so damit gerechnet, dass das ist. Ah. Das gibt's doch nicht, dass sie ihn vergessen hat. Stehe ich da noch rum? Ne, ich bin weggegangen. Okay. 10.000 Follower. Wir haben 10.000 Follower, Leute. Und das, wenn der Reini Legacy erreicht. Wie schön. Deck der Kitty. Herzlichen Glückwunsch, dass du dir 10.000 Dankeschön. Vielen, 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 vielen Dank. Und dann müssen wir eigentlich mal ein 10.000er Special machen, oder? hast du dir so verdient. Dankeschön. Wirst du mal eigentlich 10.000er Special machen. Achso, Kitty, achso. Hier ist wieder Nick. Aber ich suche nicht Nick. Ich suche nicht Nick. gratuliere dir, meine Liebe. Dankeschön. Danke, ihr Lieber. Chat Party. Danke, danke, danke. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Dankeschön. Sterner. Aber der kann doch nicht weg sein. Elodie. Die Tochter von Emma. Erinnert euch noch an Elodie? Das verdient einen Party-Song kurz. Kann ich leider nicht. Kann kein Party-Song einblenden, weil er geclaimed wird. Deswegen ist Dance Black leider auch wieder raus. Weil der geclaimed wurde. Alter, was wollen denn die Seros hier? Weg. Weg. Weg weg. Müssen wir doch noch mal woanders hinreisen? Das ist Ada-Ehe. Was wollen meine Sims eigentlich hier? Oh, das ist ein Sim von euch? Am Gottes Welt, ich singe ja. Okay, nevermind. Ich tue so, als würde ich singen. also ich groove mit zu einer nicht vorhandenen Melodie und singen tue ich auch nicht. Aber ich fühle die imaginäre Musik scheinbar trotzdem sehr. Warum ist heute so ein Wurm drin? Was? 19 Uhr? Vielleicht wechseln wir einfach mal auf Nachtclub. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Dann muss ja irgendwo sein, weil ich will ja, dass er sich zwischendurch vielleicht auch mal meldet und so weiter. nach dem Stream kurz. Wenn du da einen Vorschlag hast an Musik. Moment. Eine Musik habe ich. Eine habe ich. Moment. Da muss ich das rausschneiden. ähm, ja, wir spielen weiter. Mal gucken, ob er hier auftaucht. Hier ist nur wieder Tim May. Hauptsache Nakoa kümmert sich um Tiffany und Feline geht feiern. Alleine. Wow, großartig. Oh mein Gott, ist der Dino süß. Dino Dinos. Wo ist Dino Dinos her? Ja, Sponshop Disco mit der Qualle. Ja, Ja, mussten gerade mal ein bisschen der Partymusik hören. So, Feier des Tages. Rice Coaten. Ich hatte gerade kurz Angst. Ich dachte gerade, ist das unser Vater? Nee, das ist nicht unser Vater. Müsste ja auch Darcy dann heißen. Diawale ist schon wieder hier. Diawale. Du willst wirklich überall dabei sein, kann das sein? Aber er ist gut drauf. auf. Mich knifft nur dieses Unsterblich-Symbol ständig um seinen Kopf rum. Das finde ich ein bisschen nervig. Das ist ein Twitch-Emote. Das ist so niedlich. Alexis, hi! Alexis ist hier. Ich finde ihn auch so cool. Der Fruchtbarkeits-Gott. Der wohnt im Tempel. Ah, da ist er! Da ist er! Kian. Hallo Kian. Da ist ihr Ex-Freund. Meine Güte. So. Wir werden uns jetzt freundlich vorstellen, dann werde ich es einstellen. Er ist... Nein, er ist kein Erwachsener. Er ist kein Erwachsener. Sim-Kommandos. Alter festlegen. Ah, ich kann nicht schon auf junge Erwachsene einstellen, aber Erwachsener ist er nicht. Ey, Felin, ich habe dir gerade was erzählt. Nicht, dass er gleich wieder weg ist. Stell dich einfach mal vor, bitte. Und der kennt Kian, das klingt nach Problemen. Ja, er ist scheinbar mit Kian da aufgetaucht. Klingt nicht so gut, weil wir wissen ja alle, was Kian für einen Ruf hat. Genau aus diesem Grund mache ich Sims mit dem MCC und Sterblich und nicht mit dem Magier ertrank und Unendlichkeitssymbol ist so nervig. Kann ich eben das irgendwie wieder wegnehmen? Das ist halt richtig nervig. Kalani! Mein Herz! Oh! Mein Herz! Zack, kriege ich Bibi in den Augen. Kalani ist hier. Warum ist der Chor jetzt durchge-X-T? Also bei Christian machen wir schon noch 60 und 40 würde ich sagen, oder? So ist glaube ich ganz gut. oder soll ich noch mehr machen? Warum ist da Koa durchgestrichen? Warum ist da Koa hier gerade durchgestrichen? Was soll das? Was soll das? Ich müsste das mal bei Diawai versuchen zu entfernen. Alter, unfassbar. Unfassbar. Diawai, komm mal her, komm mal bei mich bei. Britta ist auch hier. Was ist das für eine Mucke? Ist die auch ein Sim von euch? Sano Loveless. Sim, oh Gott, wo finde ich das? Boah, wo finde ich das? Cheats, Sim Info cheaten? Nee. Ich glaube, da muss ich einfach mal zu ihm reingehen und dann schauen, wie das aussieht. Vielleicht kann ich das bei ihm löschen, wenn ich bei ihm im Haushalt drin bin. Muss ich nochmal gucken. Gerade hat er das Symbol nicht. Hat er ihm auch Party? Nee, ich weiß, er ist auch als unsterblich gekennzeichnet, auch durch den MCC, aber ich glaube, bevor ich das damals gemacht habe, habe ich ihm auch den Unsterblichkeitstrank gegeben, weil ich nicht wusste, ob die Sims auch als unsterblich markiert sind, wenn ich sie in einer Galerie hochlade, wenn ich das über den MCC mache. Wisst ihr? Kommandos, soll ich nochmal gucken, Sim-Kommandos und dann? Wo muss ich dann gucken? Das ist bei der Verwaltung auch. Blokulierungsbefehle. Keine Ahnung, war eine Idee. Achso, dann gehe ich da raus und mache ich das offstream. Ist ja jetzt blöd, wenn ich die ganze Zeit hier nur suche. Wer hat denn hier eine Pfütze hinterlassen? Trifft sie sich heute Abend einfach mit ihrem Ex? Das ist so bitter. Das ist so bitter. Könnte ich ja nochmal knuddeln und dann wechseln wir gleich wieder auf Nakoa. kann noch ein bisschen hier bleiben. Ja, ich speichere gleich bevor ich wieder wechsle. Wahrscheinlich der Geist der ertrunken ist. Schön, dass du zu der Musik getanzt und nicht zu der Musik die hier gespielt wird. Hello? Das ist ein Weltstar, deswegen gehen hier alle so ab. Hier ist so eine Party Maus. Kein Wunder, er hier durch die Gegend düst. Kalani ist einfach hier. Ich speichere jetzt und dann wechseln wir wieder auf Nakoa und mal gucken, wie es ihm geht. Oh Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ich habe einfach nicht mit Kalani hier gerechnet. Maurice! Oh Gott, es ist so schön, wieder in diesem Spielstand zu sein. Es ist so schön, wieder in diesem Spielstand zu sein. Das ist richtig wohlig. Es ist wieder so ein Zuhause-Sein-Gefühl. Ich meine, ich liebe auch die The Legacy zum Beispiel und die anderen Let's Plays, aber Riley ist immer das ganz, ganz Besondere. Es ist wirklich immer ein Stück nach Hause kommen. Aber das ist so schön. Das ist so, so, so schön. Ich schaue gleich mal, wann Tiffany Geburtstag hat. Und dann würde ich sagen, können wir auch noch mal zu Ayanna wechseln zu Ayanna und Samu und gucken, wie es da so läuft, weil es lässt dir natürlich auch nicht kalt, Nakua einfach über Nacht verschwunden ist. Nakua Tiffany schreit. Beruhig sie mir bitte. Störender Lärm. Wir müssen schon wieder 250 Simoleon bezahlen als Strafe. Das heißt, Leides taucht wahrscheinlich hier gleich auf. Wow. Dienstag hat Geburtstag. Dienstag Okay. Okay. Dienstag wird sie ein Säugling. Hallo Mausi. Schaukeln. Ich weiß nicht, ob sie Hunger hat. Als Pflegekind adoptieren. Natürlich als Pflegekind adoptieren. Er denkt ja, das ist seine Tochter. Mein Baby ist sehr teuer, ja. Mein Baby ist so verdammt teuer. Die werden hier ein sehr einsames Weihnachten verbringen irgendwie. So fernab von deren Familien. Wie wäre es, wenn du ein Bild malst in der Kur? Ein realistisches Gemälde, ein großes realistisches Gemälde. Ja, Leides ist wieder unterwegs. Leides taucht hier gleich wieder auf. Bringt das was, wenn wir uns mit ihm anfreunden? Leides ist echt so, der Vermieter, dem man niemanden wünscht. Niemandem. Aber er ist ein toller Dad. Oh je. Oh je, warte. Stinke Windel. Stinke Windel. Machst du schon? Perfekt. Perfekt. Dann darfst du hier die Flasche aufräumen und dann darf Tiffany noch ein bisschen schlafen. Und dann schaffen wir das noch mit dem Malen? Wir können den Baum mal beleuchten. Lichtsteuerung. Der Baum beleuchten. Er räumt die Spielmaschine schon ein. Gut, es hat Wasser aufgekocht. Na Koa! Lösch das Feuer, lösch das Feuer, lösch das Feuer! Oh, der Baum! der Baum brennt! Der Baum! Der Weihnachtsbaum! Der Weihnachtsbaum! Unser Baum ist in Flammen aufgegangen! Unser Baum ist in Flammen aufgegangen! Lösch das Feuer bitte, Na Koa! Ja! Das war's mit dem Weihnachtsbaum! Verstoß gegen Mietregeln! Kein Müll! Das war, das war keine Absicht! Wir müssen noch mal 600 Simoleons Strafe zahlen. Oh, hereinbitten! Hallo Linus! Beziehungsweise hallo äh Mr. Corruptent! Ich glaub, die sind noch beim Siezen. Ja, Mr. Corruptent, ich komm gleich! Moment! Der Weihnachtsbaum brennt immer, wenn man den beleuchtet. Das hatte ich noch nie! Noch nie! Rauswurf verhindert. Deswegen. Mieterbeck, Strafe bezahlen, kein lauter Krach. Und Strafe bezahlen für keine Vermüllung. Es tut mir leid, ich zahl ja schon, ich zahl ja schon. Hab ich jetzt nicht, ne? Wir werden Respekt zeigen nach dem Motto. Ja, wir sind wirklich dankbar, dass wir hier wohnen dürfen. Linus geht nicht darauf ein. Und er so, hey, schlag ein! Okay, dann nicht. Das ist voll traurig! Wir werden mal Babys Fotos teilen nach dem Motto. Hier, das ist der Grund, warum es zwischendurch laut ist. Wir haben jetzt ein Baby gekriegt und da gibt es leider keinen Schalter, wo man das Kind leiser drehen kann und das Kind kann sich auch noch nicht an die Mietregeln halten. Wir kümmern uns so gut es geht drum und oh mein Gott, Linus hasst uns. Nein, geht das nicht reparieren. Komm her. Wir müssen mal aufräumen. Ich sag einfach, wir müssen hier den Rouge abwaschen und dann geht das. Oh. Unsere Ersparnisse schrumpfen immer mehr, Leute. Und für Linus wird sich bestimmt auch fragen, hä, wo ist denn der Baum hin? Und der Kor so ganz kleinlaut, der ist verbrannt. Wir haben den so mühevoll dekoriert. Nee, du wirst jetzt nicht planschen. Ach. Du wirst versuchen, noch ein bisschen Geld ranzukriegen und deswegen wirst du jetzt malen. Jetzt kommt Philippe nach Hause und sie ist so müde. Ich löse das mal wieder. Schlafen. Das tut mir so leid. Sehr pingelig, der Vermieter. So oft kommt man da nicht vorbei bei gleicher Einstellung. Es ist halt Linus. Linus mischt sich gern ein. Als ich Linus selber gespielt habe, ist er auch ständig zu den Vermietern hingegangen. Ja, mit Linus plaudern. Das ist immer noch eine unbehaltliche Begegnung. Es ist halt Linus. Das ist übrigens der Linus ohne Custom Content. Also der hat noch gar nichts drauf. Aber ich finde, er ist trotzdem pretty. Ich wollte ihn übrigens auch in der Galerie hochladen, wenn ihr mögt. Dass ihr auch einen ganz tollen Vermieter an eurer Seite habt, wenn ihr einen braucht. Und das Gebäude wollte ich auch hochladen. Ähm. Ich würde aber gerne... Da ist Weihnachtsdeko an dem... Die Balkone sind geschmückt mit Weihnachtsdeko. Wie cool das ist! Wie cool das ist! Das ist voll schön! Weil Weihnachten ist! Das ist großartig! Und einige haben halt Wäsche aufgehangen im Balkon, weil in der Wohnung nicht so viel Platz ist. Wie ihr seht. Ja, ich wollte nochmal drüber gucken. Da geht er. Und dann in der Galerie hochladen. Aber ich will das halt immer erst Spiel testen, bevor ich etwas in der Galerie hochlade. So ein schönes Bild nach Co. Aber eins haben wir ja hier noch drin. Das ist ja das, was wir am Markt gemalt haben. Da können wir hier auch Filter festlegen. Kein Filter. Dann sieht das nämlich schick aus. Und dann können wir nämlich demnächst wieder einen Verkaufsstand starten. Um zu gucken, dass wir wieder ein bisschen Geld dazu kriegen. Klar ist das sauer. Ja, es war ein Vermieter und jetzt drei. Ja, aber passt doch alles in der Wohnung. Es ist eine große Wohnung. Was waren wir hier alleine? Ich hoffe, er macht nicht so viele Probleme. Tiffany geht's gut. Ich bin so gespannt, wie Tiffany aussieht. Ich bin so gespannt. Hat das denn jetzt eigentlich Ne, Moment. Doch hier. Geklappt? Ja. Er hat noch ein Kind. Er hat noch ein Kind. Mit der Emma. Er hat noch ein Kind. Tiffany hat einen Halbbruder. Bitte was? Bitte was? Der ist ganz schön aktiv. Oh, sehr gut nach Kur. Perfekt. Es ist drei Uhr morgens. Leg dich mal zu verdienen ins Bett. Oh, hier ist auch weihnachtlich dekoriert. Oh, das ist aber sehr platt. Sieht wirklich aufgemalt aus. Aber egal, es ist irgendwie weihnachtlich dekoriert. Das ist schön, dass sich das von alleine dekoriert. Ich meine, wir könnten die Deko natürlich auch ändern, weil im Keller... War das im Keller? Oder war das in einem der Räume hier? Ja, hier. Hier können wir die Dekoration nämlich ändern oder halt Dekoration anbringen oder abbringen, damit man hier auch schön dekorieren kann. In einem der, ich sag mal, Hauswirtschaftsräume. Die sind halt überall so kleine Räumchen. Ich finde, von hier sieht das aus wie so ein Fahrstuhl, aber ich konnte die Räume halt nicht leer lassen. Und deswegen kommt man halt über die Feuerleiter in diese kleinen Räume hier rein. Die bringen nicht viel, also die sind eigentlich nur Deko. Wobei ich auch dachte, oh, man könnte hier vielleicht auch einen Waschraum reinmachen, so mit Waschmaschine oder so. Aber das Waschmaschinen-Gameplay ist ja bei vielen nicht so beliebt und ich finde es meistens auch eher nervig. Und, ähm, ja, Max Fitness ist okay. Deswegen am wenigsten so was, dass man hier unten so eine kleine Funktion drin hat. Die wende mal wieder auf halb. Geht's der Mausi gut? Ja. Du sollst das Ding nicht reparieren. Geh bitte wieder schlafen. Du warst die ganze Nacht unterwegs. Ja, reparieren. Cheat. Geklappt? Ja. So, Weihnachten ohne Weihnachtsbaum. Ne, das ist Freeplay. Wir machen komplett Freeplay. Also, Nakoa hat trotzdem den Wunsch, dass er irgendwann eine eigene Galerie haben möchte. Aber wir machen das halt nicht mehr als Challenge, sondern einfach nur noch als Story für Nakoa. Da wir ja bei den Rallys gesagt haben, wir wollen da komplett auf Freeplay gehen. Schreiendes Baby. Ja, schon schreiendes Baby. Erstmal schaukeln und dann kannst du ihr die Windel bitte einmal wechseln. Schmutzige Windel wechseln bitte. Und sie auf die Stirn küssen. Ich bin so gespannt, wie sie aussieht. Das ist Realismus pur. So sieht es auch auf dem Wohnungsmarkt aus. Die Vermieter wollen nur alleinstehende Mieter ohne Haustiere, nicht Raucher, Workaholics, sodass sie kaum zu Hause sind. und die Wohnung nicht abnutzen. Ja, das passt sehr gut. Das passt sehr, sehr gut. So, dann darfst du einmal ins Bad gehen, wie ein Champion pieseln und einmal duschen und dann gibt's Frühstück. Oh, du kannst ein Fest mal kochen. Wenigstens ein gefestliches Frühstück. Wenigstens so ein bisschen die Rally-Familientradition. Es wird für Nakoa bestimmt auch richtig komisch sein, einfach nicht bei seiner Familie zu sein. An Heiligabend, an Weihnachten wirklich so ganz alleine zu sein. Ich glaube, das ist sehr komisch für ihn. Und wir haben nicht mehr einen Weihnachtsbaum, weil er abgebrannt ist. Das ist so bitter. Das ist einfach richtig bitter. Ja, ich hab derzeit auch Stress mit meinem Vermieter und ich gehe über den Mieterschutzbund. Einfach nur anstrengend. Ja, wenn Sims manchmal ein bisschen zu realistisch ist hier, ne? Dann können wir das Ding wieder hinstellen. Hm, seufzt. Baby schreit doch gar nicht mehr. Hilfe, die schläft. Tuschen. Du bist noch am Schlafen. Und dann kannst du vielleicht nochmal gucken, dass du hier ein bisschen malst. Ich hab schon ein bisschen Angst, dass wir hier Bankrott gehen. Max, hi. Schön, dass du da bist. Hallihallo. Oh, sein kaputtes T-Shirt. Hier werde ich auch bei zu jungen Erwachsenen du und Diana. Noch 15 Tage. Noch 15 Tage. Und dann wird es wieder Zeit für ein Umstyling. Unserem Einzug war ich noch schwanger und unsere Vermieter sagten, ja, ja, die Drohläden werden noch gemacht. Meine Tochter ist mittlerweile vier Jahre. Kenn ich. Bei jeder einzelnen Nakua. Bei jeder einzelnen Wohnung, in der ich bisher war. Ja, das wird noch gemacht. Nächstes Jahr. Ist nie was passiert. Nie. Oh, Mausi. Hauptsache, Filin schläft jetzt den ganzen Tag. Aber dann kann Nakua wenigstens so die Zeit auch nützen, weil ich kann mir vorstellen, dass Nakua jetzt schön leise ist, versucht halt, niemanden zu wecken, weder Tiffany noch Feline, damit er dann auf jeden Fall Feline damit einem festlichen Frühstück überraschen kann, wenn das schon mit dem Baum nicht geklappt hat. Aber wenigstens so ein bisschen weihnachtlich. Hoffentlich wird das was. weil, wie ihr seht, Nakua ist nicht so gut im Kochen. War schon mal besser. Ich bin gespannt, ob sich jetzt irgendwer zu Weihnachten meldet aus der Riley-Familie. Nakua, vorsichtig. will ich mal was trinken. Level 3 der Kochfähigkeit ist immerhin nicht schlecht. Nakua mag kein Kochen, deswegen stellt er sich da so ein bisschen an. Ich werde ihm die Angst, die Eltern zu enttäuschen, mal wegnehmen. Weil er weiß schon, dass er die Eltern enttäuscht hat. Zu Festmahl rufen. Er checkt doch jedes Mal, ob alles okay ist am Handy, ne? Also wenn es am Rührei-Ei-Essen knirscht, weißt du warum. Ja, ja. Nach der Pause zu Ayana und Samu wechseln. Ja, nach Weihnachten hatte ich vor. Nach Weihnachten hatte ich vor, zu wechseln. Kommst du auch zum Essen? Uh, Akneausbruch. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, Philipp. Du machst ja auch gerade viele hormonelle Veränderungen durch. Ist alles okay, brauchst du dich nicht für schämen. Machen wir gleich ein bisschen Cremchen drauf und dann ist gut. Das hätte ich fast da reingeschoben. Das wäre es gewesen. Es meldet sich tatsächlich jemand. Kalina ruft an. Hey Nakoa, frohe Weihnachten. Wie geht's dir? Ich hoffe, du und Felin habt mit dem Baby ein schönes Weihnachtsfest. Das ist schön, dass sich wenigstens Kalina meldet. Genau, das ist ja quasi nach der Pause. Guten Appetit. Warte, war das Kai? Nee, ich glaub nicht. Ich dachte kurz, das wäre Kai gewesen. Aber hier schneit's halt auch nicht, ne? Das sieht trotzdem aus wie Sommer, einfach weil das klimatisch hier so ist. Tradition abgeschlossen, yay! Er freut sich darüber. Welcher hast du denn als abgeschlossen? Urlaub nehmen oder reisen? Nein, nicht reisen. Reisen hat ich, glaube ich, wegen letztem Jahr eingestellt. Ah, Festessen. Das hätte er ja theoretisch umgekriegt. Festliche Stimmung. Das ist richtig gut läuft, das brauche ich nicht. Ihr könnt euch aber über Weihnachten singen und Weihnachtsgeschenk geben. Wir haben kein Weihnachtsgeschenk. Alina hat bekannten Tratsch über Ayana verbreitet. Excuse me? Ach, schön. Aber sie freuen sich trotzdem. Dann könnt ihr über das Kochen reden. Erzählt so ein bisschen, ja, das haben wir bei uns mal früher immer gegessen. Das festliche Frühstück, es gibt immer ein Weihnachtsessen. Und wir uns heute ein Bekanter hat mir gesagt, wie sehr er dich verabscheut. Versuche ein bisschen netter zu sein, nicht gemocht zu werden. Ist keine gute Basis. Jawohl. Wer verabscheut mich? Vanessa? Was hat die gegen mich? Was ist ihr Problem? Was ist ihr Problem? Meine Güte. Ich finde das ganz cool, dass wir die Studie hingestellt haben. Eigentlich können wir die auch gleich wieder zurückstellen. Ich stelle die noch mal zurück, die Stühle. Ich finde das immer realistisch, als wenn man jetzt sagt, hier irgendwie im Haus ist ein Tabletzchen oder so, dass man die einfach irgendwie zur Seite stellt. Deswegen mag ich auch Häuser so mit einem Keller oder einem Dachboden, dass man so Baby-Hochstühle da irgendwie mal hinsteckt oder so. Das finde ich eigentlich immer ganz cool. So, genau. Es ist 12 Uhr. Wir machen ein Kaffee-Päuschen. Alle dürfen sich gerne einen Kaffee, Kakao, Tee oder irgendwas anderes machen. Pipi gehen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Wow, Pause-Screen funktioniert nicht. Jetzt auch. Hallo, da bin ich wieder. Seid ihr auch alle wieder da? Sunny Fairy, Dankeschön für dein Follow. Vielen, 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 vielen Dank. Ich habe jetzt mein Kaffee hier am Start. Ich liebe den Geruch von Kaffee. Das macht immer so ein schönes, warmes, wohliges Gefühl. Kaffee ist meine neue Schokolade, Leute. Ich sage es euch. Und dann würde ich sagen, gucken wir wieder auf Kaffee. Ojei. Ojei. Die kleine Mausi hat einen Sticker. Schmutzige Windel wechseln, bitte. Ich freue mich auch schon drauf, wenn sie Geburtstag hat. Mittwoch war das, so in knapp einer Sims-Woche. Er hat gerade aufgeräumt. Wunderbar, dann darfst du gerne nochmal ein realistisches Gemälde malen. Wir müssen unser Inventar ein bisschen aufstocken. für ihn eigentlich auch noch ein Hobby. Ich würde sagen, sie schreibt ihrem Ex nochmal heimlich eine SMS. Irgendwie dachte wurde hier. Er hat nichts mitgekriegt. War irgendwie schön, dich zu sehen. Hat so in alte Zeiten erinnert. Wünsch dir einen schönen Tag. So, so in etwa. Ach, du staubsaugst jetzt das Kinderzimmer. Du willst dich ernsthaft die Windel wegsaugen. Du willst dich ernsthaft die Windel wegsaugen. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert. Saugt sie tatsächlich die Windel weg. Das wär's. Hier, du hast eine Toilette. Du willst doch nicht lieber den Busch hieseln, als die Toilette hier zu benutzen. Wenn ich da drauf klicke. Sie hat die Windel weggesaugt! Sie hat die Windel weggesaugt! Was? Was? Wow. Großartig. Großartig. Kai hat auch schon von Tiffany gehört. Faststand! Ihr werdet keinen Faststand machen. Das ist oben auf dem Dach. Ihr spinnt ja wohl. Und er denkt dann seine Kindheit zurück. So, das ist eine schöne Kindheit, Nakoa. wurde so sehr, sehr schöne Kindheit. Das ist so ein richtig schönes Vorstadtbild, was er da malt, oder? Ich find das super kuschelig. Trotzdem irgendwie ein trauriges Weihnachten. Müll lernen. Kein Stäubchen wird übersehen. Berlin erwärmt sich für die Hausarbeit. Das find ich irgendwie nett. Irgendwie nett. Den Junkmails verstehe ich heute irgendwie nicht. Oder Weihnachtsgeschenken sehen. Ja, das kannst du gerne mal machen. Bis zum nächsten Stream platziere ich hier auch ein paar Mieter, dass wir nicht die einzigen Mieter hier in diesem schönen Haus sind. Schmapple Kaffee. Haben wir eine Kaffeemaschine gekriegt? Nakoa applaudern. Nein, kein Faststand. Ihr werdet keinen Faststand machen. Warum hast du dein Krankenhaus Outfit an? Ihr werdet keinen Faststand machen. Ab in die Wohnung. Ich schließe euch hier ein, Kinders. Ich schließe euch hier ein. Ich sag's euch. Der Rektor ruft an. Ja, sie hat halt die Schuhe nicht abgebrochen. Sie geht halt nur einfach nicht hin. Lustiges Video ansehen. Ist okay. aber Filin, willst du hier, Filin, geh einfach duschen. Wer ruft an? Wurde es ausgewählt, sie werden bald kommen. Ich glaube, sie würde einfach auflegen. Hey, warte, möchtest du nicht? Nein, will ich nicht. Will ich nicht. Oh, jetzt ist Nakoa krank. Wasser aufkochen. Wasser schon wieder leer. Aber ich finde das voll schön mit dem Wasserkocher. Ich mag den voll gerne. Was ist da mit den Sims, die unter deinen Hashtag hochgeladen werden? Blades sind da potenziell Limit dabei? Ne, ich würde gerne passend zur Geschichte, passend zu den Wohnungen Sims erstellen wollen. Wie lange dauert denn das Wasser noch? Ah, blinkt. Ah, Tee und heißes Wasser. Bestes heißes Wasser der Welt. Warum sollten wir heißes Wasser trinken? Das ist Wasser, aber heißes. Wir werden mal einen dampfenden, ne, gesunder grüner Tee. Das hilft bestimmt bei der Erkältungswelle gerade. Sie macht sauber, ist aber nichts kaputt gegangen oder nee. Hier ist alles gut. Tiffany geht gut. Ja, du könntest vielleicht auch einen Tee vertragen, sonst müssen wir zum Arzt fahren. Du kannst auch gerne einen gesunden grünen Tee machen. Ich glaube, das könnt ihr gerade beide gut vertragen. Könnt ihr auf dem Balkon trinken? Was hattet ihr davon? Setzt dich auf dem Balkon und trinkt hier einen schönen beruhigenden grünen Tee. Schön gesund. Ach ja, du wolltest ja dein Gesicht noch eincremen. War nur eine Idee, um dir die Arbeit abzunehmen. Alles gut. Alles gut. Ich platziere sowieso immer wieder ein paar von euren Sims. Aber hier habe ich halt sehr spezielle Wohnungen erstellt. und das einfacher wenn ich die Sims einfach selber dazu erstelle. Kein Fassstand. Jetzt sitzt er auf dem Tisch. Ich meine, ja, das ist ein Hocker, aber ich finde das als Tisch irgendwie viel passender. vielleicht magst du irgendwas mit Blumen machen als Hobby. Oh, warum ist hier übel? Das Magen grummeln klingt gar nicht gut. Oh je, nicht dass man Kur sagt nicht du kriegst Magen da. Viel ansehen. Schwärmerei zusammenwachsen durch gute Zeit. Und sie ist tatsächlich an Männer und Frauen interessiert. Wer hätte das gedacht? Du kannst auch nochmal aufs Klo gehen und du wolltest eigentlich nochmal Gesichtsreiniger auftragen. Blasen machen. Oh, das ist süß. Das ist süß. Tiffany ist ein sehr entspanntes Baby, oder? Sie ist so entspannt. ist so und eigentlich läuft das hier auch gerade ganz gut. Dann würde ich tatsächlich einmal zu Ayana und Samu wechseln. Er mit seiner scheiß Badehose, ey. Nadine, sehe, dass du da bist. weil die machen sich natürlich Sorgen um Nakua, weil Nakua Samu nicht alles erzählt, das wissen alle Beteiligten längst. Aber ich glaube, Ayana ist ein bisschen pissig auf ihrem Bruder, weil sie denkt, wir haben uns immer alles erzählt. Ich habe ihm letztens den Kopf gewaschen und er hat mir trotzdem nicht erzählt, was er vorhatte. Und jetzt ist er einfach verschwunden und meldet sich nicht mal an Weihnachten. Was ist da los? Irgendwas stimmt nicht. Ich glaube, Ayana ist richtig sauer auf ihren Bruder. Die versteht das überhaupt nicht. Ich habe ihm überhaupt nichts getan. Ich habe ihm nie einen Grund gegeben, mir zu misstrauen. Warum redet er nicht mit mir? Die haben garantiert Sulani komplett abgesucht und geschaut, wo Nakua ist, an den Lieblingsplätzen und so. Nakua ist nirgendwo aufgetaucht und oh mein Gott, das ist für Samu natürlich ein riesiger Trägerpunkt. Weil Kalina wurde ja damals als Kind entführt. Ich meine, Nakua ist kein Kind mehr, bedeutet aber nicht, dass er nicht entführt werden kann. Und Samu dreht natürlich komplett am Rad, weil er sich so verdammte Sorgen um seinen Sohn macht. Und ich glaube, Ayana hat da alle Hände voll zu tun, ihren Vater einfach so ein ganz lieben Dank, wie schön, dass du da bist. Oh, Samu. Samu ist so ein Sim, wo ich sage, Alter, Samu müsste eine Therapie machen. Der hat so viel Scheiße gefressen in seinem Leben. Der müsste eigentlich wirklich die Therapie machen. Um diese ganzen Erlebnisse von früher, gerade so von seiner jungen Erwachsenen Zeit und Teenager Zeit einfach aufarbeiten zu können, damit er damit abschließen kann, damit er die Sachen aus der Vergangenheit nicht in der Gegenwart die ganze Zeit mit rum trägt. Oh, je. Hallo, Ayana! Ich würde sagen, mit den beiden reisen wir jetzt mal direkt in Sulani. Wir haben jetzt schon einige Grundstücke abgesucht und gucken, wo er eventuell ist. Ja, die waren schon Pirate Harbor, die waren hier am Strand, die waren in einem Tourismusbereich und jetzt werden sie hier suchen. Meine Ilja hat bestimmt auch mitgesucht und ihr Mann. Ich glaube, alle sind so ein bisschen mobil und suchen. Aber Samu und Ayana natürlich ganz besonders. Ja, ich denke, mein Kaffee ausdrängt, bevor er leer ist. Das ist die falsche Tasse, ich habe heute die Upsi-Tasse. Das erinnert mich so an die Sache mit Kalina damals, als sie von den Nymphen entführt worden ist. Aber ich finde, Kalina hat sich gut gedreht. Sie hatte schwierige Teenager-Zeit. der Nachtfluch. Der Nachtfluch. Und Samu ist direkt am Weinen. Oh Gott, das Welt. Die sehen den Fluch nicht. Ihr werdet sich ja alles absuchen und die rufen natürlich Nakoa, Nakoa, bist du hier? Antworte doch. Wir machen uns Sorgen. Und besonders Ayana wird ihrem Bruder zuspammen mit Anrufen und Nachrichten. Hier, Samu auch, sind ja beide sowieso gerade am Handy. Alter, er ist schon ein bisschen creepy. Wo kommt er denn her? Das ist das, also das ist ja sowieso das verfluchte Grundstück. Und er ist halt die Nachtgestalt. Er ist ja kein normaler Geist, deswegen sprühen seine Augen so. Er ist der Nachtfluch. Wisst ihr, was der Nachtfluch ist? Es gibt hier bei den Magiern den Fluch. Wenn irgendwie ein Zauberschief läuft oder so, dann taucht ja diese Nachtgestalt auf. Die dann den Magier verfolgt und immer wieder in die Stille schreit und so weiter. Und das Keanu. Keanu hat im Jenseits keine Ruhe gefunden und ist zu einem Fluch geworden. Ja, ihr habt Weihnachten, ich weiß, ich weiß. Nicht sehr weihnachtlich, was ihr jetzt Nakoa auch noch suchen müsst. Du kannst ja mal hier drin suchen. Samu kann am Wasserfall suchen. Sind die Zwillinge nicht sogar am Wasserfall entstanden? Schaden locken. Er hat sogar einen Wunsch mit Nakoa, freundlich zu Nakoa sein. Oh mein Gott, ich glaube, ich kann mir so gut vorstellen, dass sein Wunsch ist, dass er sich bei Nakoa entschuldigt das, was er gesagt hat. Ich meine, Samu glaubt jetzt natürlich nicht, dass er entführt worden ist, weil dafür war einfach der Streit, der vorangegangen ist, sehr eindeutig, dass er dann einfach von zu Hause abgehauen ist. Aber es tut ihm so leid und das triggert ihn natürlich enorm. Wie darf ich deinen Namen aussprechen? Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deinen Follow. Ganz, ganz lieben Dank. Jengsli? Jengsli, ist das richtig? Oh man. Es sind Weihnachtssachen rumlaufen, Samu guckt sich auch so um so, was hat die denn an? Hier ist es warm. So warm ist es jetzt auch nicht. Aber trotzdem. Jengsli, okay, Jengsli, danke schön für deinen Follow. Sie ist einfach nur von ihrem Bruder enttäuscht. Sie ist traurig, sie ist enttäuscht. Sie würde ihm immer wieder Nachrichten schicken. traurige SMS schicken. Nach dem Motto, ich finde schade, dass du dich nicht mal an Weihnachten meldest. Kurz vor dem Ende der Erkundungstube von Ayanna entdeckte sie einen Lichtstrahl, der aus dem Durchgang über ihr hervorbrach. Abgelenkt und nicht darauf achten, Ozzy weint. Wo sie ihn traf, putzete Ayanna in einen unterirdischen Fluss. Nakoa meldet sich! Er lädt sie ein. Er lädt sie ein. Nakua wird das wahrscheinlich nicht aus sich sitzen lassen. Masamoto meldet sich nicht mal an Weihnachten. Sie wird dir antworten, tut mir leid, dass ich mich nicht gemeldet habe. Mir geht's gut. Das kannst du auch Dad sagen, dass es mir gut geht, aber verrate ihm nicht, wo ich bin. Du kannst gerne vorbeikommen, das ist meine Adresse, aber komm alleine und ich schwöre dir. Sag es nicht Dad. Ich will ihn nicht sehen. Aber wenn du magst, kannst du gerne vorbeikommen und dann erzähle ich dir alles. Ayanna würde ihrem Vater sagen, ich suche noch mal im Tourismus Gebiet, ich schreibe dir, wenn ich ihn gefunden habe und würde sie dann verabschieden und dann zu Nakua reisen und sie sieht die Adresse und denkt das ist gar nicht Solani. Wo zur Hölle ist er? Oh Gott, Ayannas Reaktion. Wenn die sieht, wo Nakua wohnt, dass er ein Kind hat. Oh mein Gott. Du bist aber auch eine Schönheit. Ich liebe das Outfit. ist das mit Er was zu essen gönnen. Ne, wir können einfach schon reingehen. Ayanna wird sich ja auch umsehen. Okay, ist er hier irgendwo bei Freunden untergekommen. Ich wusste nicht, dass er hier in der Nähe Freunde hat. Oh, hallo Felin. Ihr kennt euch doch. Freutlich vorstellen. Aber Felin würde glaube ich auch nur sagen, hi. Also ich glaube nicht, dass sie irgendwie eine gute Beziehung zueinander haben. Und dann würde sie sich mit ihrem Bruder streiten für schlechte Laune verantwortlich machen. Das auf jeden Fall. Dann redest du mit deinem Bruder, bitte. Wohnst du hier jetzt bei Felin oder was? Oh, der Wandersman ist da. Das passt gerade gar nicht. Geh mal bitte wieder weg. Und Akua wird antworten, nein, ich habe die Wohnung hier gemietet und wir, nein, ihr seid keine Spaßvögel. Und wir wohnen hier jetzt zusammen mit unserer Tochter. Wie mit eurer Tochter? Ja, die Ausgangssperre beginnt bald. Ich komme bald nach Hause. Sie ist glaube ich gerade weg. Geh weg, das passt gerade gar nicht, Weihnachtsmann. Geh weg. Fernseher an, Musikanlage an, Weihnachtsmann ist da. Ich versuche hier Storytelling zu machen, Leute. Und dann wird sie sagen, sie möchte ihre Nichte kennenlernen. Nachoah sagt, sie schläft aber, das ist das Kinderzimmer und wird eigentlich mit ihr dann dahin gehen und sie wird dann ihre Nichte sehen und sie beobachten. Ich würde gerne irgendwie schaukeln oder sowas machen, aber sie schläft. dann wird sie einfach ein tiefgründiges Gespräch mit Nakua führen und sagen, du bist Vater? War das der Grund, warum du die ganze Zeit so komisch warst? Warum du jetzt scheinbar hier wohnst und warum du mit niemandem von uns geredet hast? Und Nakua wird sagen, ja, ich wusste nicht, wie ich es euch sagen soll, ich weiß nicht, wie ich es nett erklären soll, er hält mich ja sowieso für einen Versager. Ayanna antwortet, er hält dich nicht für einen Versager. Ja, du bist vielleicht nicht der Sohn, den er sich so vorgestellt hat. Nati, Dankeschön für vier Monate. Vielen Dank. Aber er macht sich so Sorgen um dich. Wir haben ganz zu Lani abgesucht, wir haben rumtelefoniert, niemand hat irgendwas von dir gehört, wir haben so eine Angst um dich gehabt und der hat immer noch verdammt viel Angst um dich. Meld dich doch bitte bei ihm. Ich kann mich nicht bei ihm melden. Jetzt noch nicht, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll und er wird nicht sauer sein. Ich habe ja auch überhaupt keine Zeit, ich muss mich jetzt um Tiffany kümmern und um Philine, ich habe jetzt eine Familie, um die ich mich sorgen muss. Und das macht Ayanna wütend, weil sie dann sagt, ja, wir gehören aber auch zu deiner Familie. Aber immerhin weiß jetzt Ayanna von dem Geheimnis von ihm. Ja, mal bitte eine tiefgründige Unterhaltung, damit es zu dem passt, was ich überhaupt sage, hier. Tiefgründige Unterhaltung. Frage von Luca anhören, nee, ich will dem Weihnachtsmann reden. Dieser Weihnachtsmann. Stopp. Alles juckt, alle. Ah, juck, juck, juck. Wenn man Storytelling machen und alles funktioniert nicht, wie man das haben möchte, der Weihnachtsmann darfst gar nicht. So, erst mal liebevoll umarmt, jetzt komm erst mal her, lass dich drücken, weil sie trotzdem wahnsinnig erleichtert ist, dass es ihrem Bruder einfach gut geht und dass er sich gemeldet hat. So, tiefgründige Unterhaltung. Geht doch, meine Güte, ist das anstrengend. Und dann werden wir aber auch gleich nach Hause gehen, damit sich Simon nicht auch noch Sorgen um seine Tochter macht. Sie immer zu dem Automaten hochlaufen. Ich meine, hier sind auch Automaten. schon ziemlich die gleichen Automaten. Keine Ahnung, was die schon wieder haben. So, anziehen und Sachen abholen. Macht das, Pirate Lady. Ihr solltet euch umarmen. Bitte umarmt euch. umarmt euch umarmen. Umarmt euch umarmen. Umarmt euch umarmen. Oh, Weihnachtsmann. Zieh Leine. Geh weg. Das passt so gar nicht gerade. Ich würde ihn so gern wegschicken. Ayanna ist auch schon genervt von dem Typen. So, Ayanna, wer ist der Typ eigentlich? Ja, das ist das Väterchen Frost. Den haben wir engagiert für Tiffany, aber sie kriegt noch nicht so viel davon mit. Das hätten wir uns schenken können. Okay. Wir sagen einfach, sie hat Nakua noch mal ins Gewissen geredet und gesagt, melde dich bei Dad. Er ist Krankvorsorge. Wirklich. Sonst kriegst du Stress mit mir. Melde dich bei ihm. Und damit werden wir uns dann verabschieden und wieder zurück nach Hause reisen. Und natürlich werden wir Nakua's Geheimnis wahren. Wir haben es ihm versprochen. Aber sie steht halt drauf, dass Nakua möglichst bald mit Samu redet. So, ab nach Hause. Alter, ist das ein langer Weg. Alle laufen hier mit Weihnachtsmütze rum. Wie schön ist das. Wie schön. Mal gucken, ob Samu auch schon wieder zu Hause ist oder ob er immer noch sucht. war schön, dass heute Weihnachten ist, zufälligerweise bei den Reilys. Das passt ziemlich gut. Wenn es halt die letzte Folge Reilys vor Weihnachten ist. Samu ist auch schon wieder da. Aber er scheint auch gerade erst nach Hause gekommen zu sein. Wie traurig er ist. Guckt ihn euch an. Hier, Zuwendung, liebevoll umarmen. Wir trösten ihn erstmal. Wangerschaftsbeginn kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Lass uns morgen weitersuchen, Dad. Ja, das wird wohl das Klügste sein. Samu wird einfach nur rotmüde ins Bett fallen. So, sein Zimmer ist ja jetzt hier. Er ist fix und alle. Er ist einfach fix und alle und das bricht mir so das Herz. Diana wird auch schlafen gehen. Wir hatten ein sehr, sehr trauriges Weihnachten. Oh je, das ist ein Zungenbrecher. Äh, Maliss, 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 Lissius? Maliss Lissius? Ist das richtig? Vielen Dank für deinen Follow. Schön, dass du da bist. Meine, sie ist inspiriert. Ich würde gerade sagen, guckt aber traurig. Hier ist eine Stimmung im Hause, Riley. Gerne einfach nur, äh, Liesel. Okay, das kriege ich hin. Dankeschön. Schön, dass du da bist, Liesel. So, gute Nacht. Ich bin froh, dass wir jetzt mittlerweile hier durchlaufen können. Kalina und Ayana sind zu ihm gute Freunde geworden. Das ist schön. Haben wir Besuch? Haben wir einen Gast? Warum brennt in, in der Chur das Zimmer eigentlich Licht? In Hühnchen geht's gut, im Feld geht's gut, ihr Weihnachten war grauenhaft. Kann ich, äh, gut nachvollziehen. Hier ist kein Geist oder sowas, ne? Was ist hier Licht an? Ähm, automatische Lichter, alle Lichter. Oh, ist das Licht aus? Verkurszimmer ist so leer. Kanalia, dankeschön für deinen Vorlauf. Danke dir. Haben wir gerade irgendeinen Geist? Warum spürt das Spiel nicht schnell vor? Ne, hier. Da ist ein Geist, der Hund. Joey. Den Geist müssen wir auch noch entlassen. Oh, wir müssen die Rechnung bezahlen. Wie das kann der Jana mal machen? Sie nimmt ihrem Vater gerade so viel Arbeit wie nur irgendwie möglich ab. Wir werden den Geist ins Jenseits entlassen und natürlich schnell pieseln. Oh, und wir werden unsere Ahnen fragen. Geister und kommunizieren. Geist verbannen. Warum sollten wir die Geister verbannen? Samu werden wir ausschlafen lassen. Der hatte jetzt sehr, sehr anstrengende Tage hinter sich. Ryuchi, dem wünsche ich auch einen wunderschönen Dienstag. Das ist quasi die Hungry Artist Challenge. Wir machen ja die in Freeplay. Hungry Artist Challenge ist ja die Riley Legacy und die Riley Legacy ist jetzt Freeplay. so schön will ich hier zu sein. Und ich freue mich, dass Nakua sich Ayana jetzt endlich mal anvertraut hat. Das wurde auch echt Zeit. Ich weiß nicht, ob ich bis zum Ende wieder da bin. Falls nicht, wünsche ich dir noch einen schönen Dienstag und danke für den tollen Stream. Danke, dass du da warst, Pirate Lady. Ich wünsche dir auch noch einen wundervollen Dienstag. Ja, Geist bitte entlassen. Tschüss. Wir schnell pieseln. Was für Stalker-Geister. Hängen einfach im Badezimmer rum. Kannst du dir mal selbst ein bisschen Zuspruch geben. Oh Mann, Ayana. Ich finde das so cool. Das sieht aus wie ein Rock, aber es ist eine Hose. Ich liebe dieses Unterteil. Nakua ist von zu Hause weggelaufen. Oh, hier guckt Blättchen durch. Mal gucken, was sie jetzt bekommt. Angespannt, wegen was? Verpasste Gelegenheit, wegen Angst vor unerfüllten Träumen. Oh, sie hat keinen Hunger mehr. Das ist gut. Das ist sehr, sehr praktisch. Samu schläft noch. Wir werden Nakua's Pflichten übernehmen, indem wir den Stall säubern, die Eier einsammeln und uns um die Hühnchen kümmern. Bleibt gerade alles so ein bisschen an Ayana hängen. Um Alfonso müssen wir uns auch noch kümmern. Alfonso scheren. Gucken, ob wir das Teil noch hinkriegen. Samu ist wach, aber Samu muss erst mal was essen. Ich glaube, Samu ist gerade auch sehr still, sehr viel in Gedanken einfach. Nakua geht's gut, ja. Samu ist eine Meerjungfrau und Nakua ist eine Meerjungfrau. Ayana ist keine Meerjungfrau. An sie ging das Gehen leider nicht weiter, was sie sehr, sehr traurig macht. Was war das denn für ein süßes Geräusch, Ayana? Wah! Oh Mann. Es ist ruhig geworden hier auf dem Hof. Kein Streit mehr, kein morgendliches Training mit Nakua. Es ist wirklich sehr, sehr ruhig. War nicht eine ausgehungert? Alter. Hier ausgewachsen, 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 ausgewachsen. Du bist doch kein Küken mehr, braune Henne. Irgendeine Henne war doch ein Opa. Oder ist die jetzt schon gestorben, die Henne? Samu hat schon abgespült. Guck mal, dann kannst du ins Bad, gehen wir zur Toilette und dann wird er, glaube ich, per Wasser nach Nakua suchen. Weil sowohl er als auch Nakua sind ja Meerjungfrau. Das kann ja auch sein, dass er einfach abgehauen ist durchs Meer. Deswegen wird Samu sich dann von Ayana verabschieden und sagt, geh jetzt weiter nach deinem Bruder suchen. Warte nicht auf mich. Hast du dich um Alfonso schon gekümmert? Nee, hast du nicht. Alfonso, bitte putzen, hüttern und scheren, bitte. Und Ayana kümmert sich halt so um die ganzen Haushaltssachen, die hier so anfallen. Oh, wie Alfonso sich freut. Oh, endlich werde ich auch mal wieder gepflegt. Oh, das war Fischer. Okay. Das war's mit Kaffee. Sie braucht auch dringend Spaß. Sie braucht dringend, dringend, dringend Spaß. Ich kann mir auch vorstellen, wir haben bald Silvester, dass Kai sich bei Ayana meldet, weil Kai versucht ja immer wieder Nakoa anzurufen. Das hatten wir ja gesehen, als wir vorhin bei Nakoa waren. Und weil Kai Nakoa nicht erreicht, ruft er jetzt seine Schwester quasi an und fragt so, hast du irgendwas von Nakoa gehört? Ist er krank? Geht's ihm gut? Ich mach mir irgendwie ein paar Gedanken, weil er meldet sich einfach nicht. Ey, ich hab hier gesagt, okay, dann halt glückliche SMS schicken. Ähm, ja, genau. Dass er sich dann einfach an seine Schwester wendet, statt an ihn selber, weil er halt einfach nicht antwortet. Zu den Hühnchen geht's gut. Oh. Okay, er lädt uns gerade ein. Dann würde ich sagen, ja, wir können uns treffen. Dann legt sie Samu einen Zettel hin, weil sie geht nicht einfach so, sie ist ja nicht ihr Bruder. Ja, die Spitze gegenüber Nakoa musste gerade sein. Und dann wird sie mit Kai reden, weil sie weiß ja, wie es ist, wenn man sich Sorgen um jemanden macht. Natürlich wird sie Nakoa nicht verpetzen, aber sie wird trotzdem mit Kai reden, dass er sich wenigstens nicht so Sorgen macht, nach dem Motto, er wird sich schon melden, es geht ihm gut. Und er meldet sich, wenn er soweit ist, er ist gerade in einer schwierigeren Situation, aber du brauchst dir keine Sorgen machen. Ich glaube, so würde Ayana dann mit Kai kommunizieren, dass Kai dann auch so ein bisschen quasi den Gang zurückschaltet. Und ähm, ja. Deswegen, wir werden eine tiefgründige Unterhaltung mit ihm führen. Ja, du hast ja auch einen tollen Ort und ein tolles Wetter ausgesucht, Kai. Ich würde sie ihm jetzt halt einfach sagen, es ist alles okay, du brauchst dir keine Sorgen um ihn machen. Er wird sich bei dir melden, sieh es ihm bitte nach und wir werden uns über den blöden Schneesturm beschweren. Nachdem, oder was hast du hier eigentlich für einen Ort zum Treffen ausgesucht? Du hättest auch einfach vorbeikommen können. Oder wir hätten uns bei dir getroffen oder so. Warum hier? Und Kai würde wahrscheinlich sagen, ja, hier ist gerade eine coole Ausstellung. Ich dachte, wir könnten uns die Ausstellung einfach zusammen ansehen und so zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, dann wird Ayana mit ihm die Ausstellung angucken. Irgendwie auch süß. Ich meine, ich bin sowieso so selten auf diesem Grundstück. Ich meine, es sieht hier schon cool aus, so mit der Absperrung, dass man sich das halt wirklich zusammen ansehen kann und so. Ist schon cool. So museumsmäßig. Ach, sowas müssen wir auch mal bauen. Weil hier kann man ja auch reingehen und sich das hier angucken. So ein bisschen so altertümliche Sachen. Weil hier ist ja alles abgesperrt, ne? Ist halt schon cool. Wollen wir mit Kai dann noch woanders hingehen? Uh, man kriegt so gleiche Benachrichtigung. Das ist cool. Weil sie braucht gerade Spaß. Oh, es macht dir sogar Spaß, mit ihm abzuhängen. Das ist süß. Oh, da ist ein Geist. Wollen wir mit Kai noch woanders hingehen? Wenn ja, wohin? Was macht ihr Spaß? Sie könnten ins Jugendtreff gehen? Zusammen? Ist das nicht unsere ehemalige Rektorin? Oder ist die das? Kann sein, ne? Komm, dann gehen wir mit ihm noch woanders lassen. Hier ist jetzt nicht so spannend. Findest du schön, dass die Riding Legacy weitergeht? Habe alle Videos auf YouTube gesehen und der Familie so sehr ans Herz geschlossen. Das freut mich. Das freut mich sehr schön, dass du da bist. Hallihallo. Ähm, stimmt. Die Erwahl wohnt ja in Windenburg. Wo ist er eigentlich schon wieder hin unterwegs? Er ist immer auf Achse. Emily! Wir könnten hier nochmal einen Kaffee trinken gehen. Oh, Die Winko's Coffee and Bakery. Und dann können sie sich hier ein bisschen aufwärmen. Zusammen Kaffee trinken finde ich schön. Dann können sie auch nochmal in Ruhe über Nakua reden. Und generell einfach mal quatschen. Ich meine, Ayanna hat ja schon einen einen kleinen Crush auf Kai. Oh, das können wir gleich mal einstellen, dass sie einen Crush hat. Ich habe da nämlich so eine klitzekleine Mod, die dafür sorgt, dass das so einseitig ist. Wer weiß, vielleicht hat Kai ja auch irgendwie einen kleinen Crush auf Ayanna, wir wissen es nicht. Und deswegen finde ich es gerade mal sehr interessant, dass die beiden Kaffee zusammen trinken gehen. Finde ich höchst interessant. So, das ist das Café, was ich vor Ewigkeiten mal gebaut habe. Hier, geht mal zusammen rein, es ist nämlich ein furchtbares Wetter. Ein furchtbares, furchtbares Wetter. Komm, eingehen. Nicht, dass ihr noch erfriert. Ach, ein Schneesturm. Guck mal, hier drin ist besser, oder? So, Getränk bestellen, zum hier trinken. Wir nehmen mal ein Macchiato. Und dann setzen wir uns mal zusammen hier hin. Schade, dass ich ihm nicht sagen kann, dass er sich auch was zu trinken bestellt, das wäre cool gewesen. Aber er setzt sich schon mal hin. Boah, das ist kuschelig hier. Das ist kuschelig. Willst du dir nicht auch dein Getränk ist doch gar nicht fertig, genau. Du lädest mal ab, bitte, Ayanna. Ne, dass es hier hier weg geschnappt wird. Äh, äh, Kai? Wir setzen uns einfach gleich wieder nochmal mit ihm hin. Wo will Kai hin? Kai, das ist die Küche. Da hat jemand ein Rosenbad genommen. Das ist die Küche. Das ist privat, der Bereich. Zusammensitzen. Hast du dein Getränk gekriegt? Hier ist dein Getränk. Verräumen? Hat es nur Aufräumen? Oder setzen wir uns hier zusammen hin? Ich will meinen Kaffee. Ich habe den bezahlt. Hallo? So, und dann könnt ihr ein bisschen reden miteinander. Er ist verängstigt. Warum ist er verängstigt? Versuchen zu trösten? Die haben einfach so ein bisschen Smalltalk. Bescheidene Prahlerei, das machst du nicht. Kai geht noch an die Schule. Er macht wenigstens vorbildlich seinen Abschluss und nicht so wie Ayanna. Und Ayanna ist ja schon fertig. Sie hat ja vorzeitig einen Abschluss tatsächlich gemacht. Wir Ich hab das noch gar nicht eingestellt. Hier, Set Sim as my crush. Das wollte ich einstellen. Aber warum hier, dann wird sie nämlich kokett. Dann kriegt sie nämlich dieses kleine Moodlet, dass sie Schmetterlinge am Bauch hat. Okay, sie beruhigt ihn. Das ist gut. Jetzt ist er glücklich. Jetzt ist er nicht mehr verängstigt. Das ist schön. Ja, Ayanna mag rationale Sims. Kann ich mir gut vorstellen. Was machst du denn jetzt? Zuhören wie sich kein Schwert Nee. Setz dich dahin bitte. Setz dich dahin. Kompliment über Outfit machen. Und noch mal ein bisschen über Frost reden. Das finde ich irgendwie süß. Und ein bisschen aufreizend posieren kann ich mir auch vorstellen. Dass sie einfach sich so ein bisschen an den Haaren rumspielt. Also jetzt nicht aktiv flirtet, sondern dass sie einfach so ein bisschen bemüht aufrechter sitzt und einfach versucht aufzufallen. Ayanna? Alles gut? Sie kommen gut miteinander aus. Könnte noch mal ein bisschen tratschen. Vielleicht Nakua parodieren. Vielleicht machen sie sich so ein bisschen über Nakua lustig. Also nicht, dass sie böse meilen, sondern sich einfach ein bisschen auch über Nakua unterhalten. Weil Nakua einfach der Verbindungspunkt zwischen den beiden ist. Und ich glaube, das könnte echt süß werden. Was ist das für eine Mod, mit der du das einstellen kannst? Müsste auch in meiner Modliste verlinkt sein. Denke ich. Ob Sarai erwischt jetzt auf. Nein, Ayanna, bleib mal bitte hier unten. Ah. noch ein bisschen Romantik? Wir können aber ganz beiläufig fragen, ob er Single ist. Ihr wollt nicht rausgehen, glaubt mir. Wobei, es ist kein Schneesturm mehr. Dein Kaffee hat sie jetzt nicht getrunken, ne? Wir tun so, als hätte sie den Kaffee getrunken. Kai ist auf jeden Fall Single. ich finde das irgendwie süß, das hier auf dem Kaffee Treppen. Insiderwitz, weil die kennen sich ja jetzt auch schon eine Weile. Und Geheimniss ausplaudern, würde ich einfach sagen, ja, Akua geht's gut, er wird sich melden, bla bla, das, was ich halt am Anfang gesagt habe. Süß die beiden, aber so richtig Spaß kriegt sie gerade nicht dazu. Hier was zusammen spielen können sie auch nicht, vielleicht müssen wir da nochmal in den Jugendtreff. Oder? Hier, zusammen spielen. Finde ich auch süß. Wenn sie da ein bisschen zusammen im Brunnen planschen. Oder? Was sagt ihr? Weil Kai ist ja wirklich ein sehr rationaler Sim. Kai ist ja der Kumpel von Nakoa und von Feline. Und so, der Fels in der Brandung und einfach wirklich der, der schon am emotional reifsten ist, der am erwachsensten schon ist. Du wirst mit ihm kein Baby machen. Was zur Hölle? Ihr sollt nur im Brunnen spielen. Ihr sollt nur im Brunnen spielen. Nein, du wirst kein Baby machen. Ihr sollt nur im Brunnen spielen. Ihr werdet kein Baby machen. Hör auf damit. Ayana. Genau, bitte einfach im Brunnen spielen. Dankeschön. Toddestory, darf ich fragen, wie lange du noch streamst? Bis 14 Uhr. Dienstag bis 14 Uhr. Wobei ab nächsten Jahr ändern sich die Streamzeit noch mal ein bisschen. Aber heute bis 14 Uhr. Meine Sims sind manchmal ein bisschen doof. Kann das sein? Manchmal sind die ein bisschen doof. Mimichin, Dankeschön für den Follower. Herzlichen Dank dir. Das hätte garantiert auch Spaß gemacht, aber ich finde es besser, wenn du einfach im Brunnen mit Kai ein bisschen spielst. Seels. Wenn wir so richtig flirten und so, haben sie ja jetzt auch noch nicht gemacht. Das hat ein bisschen Spaß gemacht. Wir können ja noch mal ins Jugendzentrum gehen. Ich glaube, das finde ich ganz gut. Ich bin zurzeit auch wieder in der Sims-Phase und leave es. Das freut mich. Das freut mich, das ist schön. Oh, die könnten ja auch Sulani in die Karaoke-Bar. Die Siren-Song-Bar. Das finde ich schön, weil Kai irgendwie noch gesagt hat, hier, ich bringe dich nach Hause oder sowas. Weil Kai ist ein Gentleman. Kai ist wirklich ein sehr wohlerzogenes Sim. Neulchen, auch dir vielen Dank für deinen Follow. Schön, dass du da bist. Hallihallo. Ich hoffe, du hattest bisher einen schönen Tag. Die Story mit Ayanna und Kai finde ich irgendwie auch total süß. Ich liebe Ayanna und ich liebe Nakoa und das sind einfach so tolle Zwillinge. So, du kannst mit ihm jetzt singen gehen. Duett singen Country mit Kai was, ihr seid nicht kompatibel. Warum nicht? Ziemlich inkompatibel. Aber wieso? Blanka Odez? Ich finde es so süß, dass sie einen Crush hat. Ich finde das so niedlich. Versaja, hi, schön, dass du da bist. Wie geht es dir? So, zeigt mal, was ihr könnt. Wie dicht er sich vorher sie gestellt hat und so dran vorbeigeschlängelt hat. Singen müssen wir doch üben. Singen müssen wir doch üben. Schön. Nachdem erfüllen von Wünschen über Ängste reden. Huch! Warum habt ihr euch zurückgesetzt? Nochmal singen, bitte. Gerade Auto zur Inspektion abgeben. Muss mit Zug erstmal nach Hause. Pickets sind teuer geworden. Ich bin fast erschrocken. Oh, hör mir bloß auf. Wir haben ja auch seit Wochen Probleme mit Auto und nervig geht's gerade auch so zu Winter und Weihnachten ist nicht schön. Da kommt das Licht. Ah, wir haben Zuschauer. Ne, nicht auf Wiedersehen. Rin? Was hast du denn für einen Job angenommen? Viel Spaß macht ihr das gerade nicht, ne? ist gut. Süß voll, dann kannst du ein bisschen mit ihm umalbern. Nussige Gesichter schneiden. Oh, unsere Mom meldet sich aus dem Jenseits und sagt, dass sie sich freut, dass wir uns mit Kai angefreundet haben. Ja, einfach die besten Gesangstalente. Fantastisch. Aber ich sehe noch keine potenzielle Partnerin für Samu. Rin ist auch Beute von Warum ist er beschämend? Weil er die Töne nicht getroffen hat. Mal gucken, er könnte mal ein bisschen rumblödeln. Oh süß! Süß! Wir könnten ein bisschen über kalte Temperaturen reden und ja, dann solltest du vielleicht nach Hause gehen, Ayanna. Eigentlich wollte dich Kai nur nach Hause bringen, dann werden wir uns von Kai verabschieden und dann gehen wir nach Hause. Wie sie ihm nachsieht. Süß! Komm, ist es Zeit nach Hause zu gehen. Bevor Samu sich noch Gedanken macht. Weil wir stinken auch und so wollen wir nicht vorher Kai's Nase rumlaufen. Ach, das war süß. Das war süß. Das war zur Abwechslung mal sehr stressfrei im Gegensatz zu Nakoa das Leben gerade. Nakoa hat sich gerade nicht nochmal gemeldet. Ich glaube wenn ich um 17 Uhr wieder in meinem Auto sitze starte ich einen Freudentanz. Ja, zu öffentlicher. Ich musste ja wirklich lange pendeln, auch mit den öffentlichen. Und boah, ne. Das macht keinen Spaß. Das macht einfach keinen Spaß. So, wir werden Samu den Tag verschönern und dann werden wir uns mal ins Badezimmer verabschieden. Weil wir müssen pieseln, wir müssen baden und wir brauchen Spaß. Hier. Vielleicht tanzt du einfach noch ein bisschen. Vielleicht weil du gerade ein bisschen Schmetterlinge im Bauch hast. Ah, gibt es hier nicht Romantik? Romantik. Also zur Romantik ein bisschen tanzen, das fand ich süß. du musst ja auch pieseln. Du bist Naturbursch oder gehst in den Busch. Aber Samu wirkt ein bisschen entspannter. Das ist gut. Den Hühnchen geht es auch gut. Samu, du könntest dich einmal um den Garten kümmern. Uh, das sieht auch gut aus. Das sieht sehr gut aus. Lehm von der Seele reden. Oh, Samu. Oh, Samu. Samu ist und bleibt halt auch immer noch mein Baby, ne? Sophie, hallo, schön, dass du da bist. Und Ayana hatte wirklich einen sehr, sehr schönen Nachmittag. Das ist nett, irgendwie. Ist morgen nicht auch Silvester? Ja, hier, Samstag, morgen ist Silvester. Uiuiui. Ich warte eigentlich die ganze Zeit darauf, dass Nakoa sich bei Samu meldet. Weil die Beziehung hat es zwischen den beiden ein bisschen gelitten. Aber die haben, ja, Nakoa ist gegenüber Samu halt noch verletzt. Beziehung ist schwierig. Ich hoffe, ich hoffe, dass Nakoa sich bald meldet. Samu hofft es natürlich auch. Oh, Samu. Obst erredet sie seine Probleme von der Seele bei der Pflanze? Oh, Gott. Hier, willst du vielleicht ein bisschen alleine trainieren? Vielleicht einfach den Kopf ein bisschen freikriegen? Ich glaube, das fände ich ganz gut. Und Ayanna könnte das gleich oben vom Fenster aus sehen. So, sie ist ja hier oben gleich am tanzen. Aber wenn sie dann in Richtung ihres Zimmers geht oder so, dass sie vielleicht sieht, dass ihr Vater unten am Sparren ist. Und vielleicht fragt, Dad, kann ich vielleicht mitmachen? Kannst du mir zeigen, wie das geht? Ich finde das nämlich ganz cool und würde das auch einfach gerne lernen. Und normalerweise hat Samu ja gesagt, nee, das ist zu gefährlich. Mach das lieber nicht. Das ist nicht damenhaft oder sowas in der Art. Aber ich glaube, Samu würde dann sagen so, ja, ja, gern. Und dann wird er mit seiner Tochter Sparren üben, was für Samu ein großer Schritt ist und Ayana, ups, Ayana würde das einfach so viel bedeuten. Oder bedeutet das einfach sehr, sehr viel, dass sie jetzt mit ihrem Vater einfach Sparren darf, weil sonst dürfte ihr Bruder das immer nur machen. Und ich glaube, Samu tut das auch ganz gut, wenn er mit seiner Tochter jetzt auch ein bisschen trainiert und Sport ist ja sowieso ganz profil, Stress abbauen, einfach um den Kopf mal ein bisschen frei zu bekommen. Und das wird, glaube ich, eine Riesensache für Ayana. Oh je, jetzt sag nicht, du brauchst Ausschlag. Beobachten. Und ihr Papa zeigt jetzt, wie das geht. So, Ayana, pass auf, ich zeige dir jetzt so ein paar Griffe, das sind so jetzt die einfachen Schläge. Versuch das mal nachzumachen und dann gebe ich dir ein paar Tipps. Das sind die schwereren Tricks, Samu, das kann sie noch nicht. Genau, die leichten Tritte, das können wir üben. Wie er sich freut. So, Ayana, du bist dran. Zeig mir, was du kannst. Oh, das ist schon nicht schlecht. Und Samu wird das nämlich auch sehen. Samu wird auch sehen, so, okay, sie hat Talent. Sie macht das schon besser, als es Nakua am Anfang gemacht hat, als ich Nakua das am Anfang gezeigt habe. Und sie wirkt halt motiviert. Oh, aua. Oh, das gibt ein blaues Auge. Und Nakua hat es ja immer nur Samu zuliebe gemacht und nicht, weil er Interesse daran hatte. Hier, kannst du mal weiter Sparrowing üben, bitte. Aber vielleicht ziehst du dich vorher um. Ja, nee, nicht Kommandos. Dresser, Outfit wechseln, Sportkleidung. Und Samu muss sich dann leider verabschieden und dann sagen, ja, Ayana tut mir nicht. Du kannst gerne weiter üben und mich fragen, wenn du irgendwie Tiss brauchst, aber ich muss mich jetzt hinlegen. bin doch sehr erschöpft. Boah, das hat Ayana einfach so viel bedeutet, dass ihr Vater ihr Tipps gegeben hat zum Sparrowing, weil ihr das vorher immer in Anführungsstrichen verboten hat. Sie macht das echt gut. Und das, obwohl sie eigentlich erst Level 3 hat. Ja, sie möchte Häuptling von Sulani werden, lobt es aber bisher nicht und deswegen ist sie jetzt froh, jetzt auch so ein bisschen so unterrichtet zu werden, so in dem Sinne. Aber sie ist auch schon sehr müde und schaut mal, wie viel Spaß ihr das einfach macht. Das macht ihr so viel Spaß, das macht sie gerade so stolz und es erleichtert sie auch auf irgendeine Art und Weise natürlich, weil sie sich jetzt so ein bisschen anerkannter fühlt, was eigentlich auch echt traurig ist, weil das halt erster Fall ist, seitdem Nakoa weg ist. Aber sie freut sich trotzdem, dass es halt überhaupt einfach stattfindet. Aber die müssen halt unbedingt nochmal ein Familiengespräch führen. Ayana fängt nicht an zu stinken, was sehr praktisch ist. Ich werde sie einfach mal ins Bett stecken und dann wird geschlafen. Es ist nämlich auch echt kalt. Aber bald ist jetzt zum Glück wieder Frühling. Finley! Finley! Oh mein Gott, das ist Champs Sohn. Erinnert ihr euch? Um Gottes Willen, wo ist der Blitz eingeschlagen? Nirgendwo? Ich glaube, alles gut. Ich glaube, alles gut. Oh Gott, das Gewitter. Samu ist eigentlich schon längst ausgeschlafen. Samu braucht irgendwie immer mehr Schlaf, habe ich das Gefühl, oder? Ich glaube, es erschöpft ihn einfach alles gerade wahnsinnig. Komm, du kannst gerne runter ins Bad gehen. verwenden, baden und dann kannst du was frühstücken. Er ist dann nimm. Er ist frühwach. Aber er ist auch früh ins Bett gegangen. Nicht wahr, Ayana? Ayana ist so eine Süße. Um den Garten wolltest du dich noch kümmern. Aber im Gewitter ist es ein bisschen schwierig. Ich weiß, Ayana. Ich weiß. Aber ich glaube, du bist auch eine Frühaufsteherin eigentlich. Was du noch machen könntest, also auf jeden Fall Gesichtsreiniger auftragen. Du kannst dich versuchen zu beruhigen und debattieren üben, finde ich gut, weil ich glaube, das kannst du gut gebrauchen für die Argumentation mit deinem Vater. Samu, da hinten ist das Badezimmer. Da, wo die Solani-Geister gerade sind. Und das sind einfach Kalani und Murako in meinem Kopf. Samu, du kannst auch da hinten reingehen. Der Lauf, bevor du hier erschlagen wirst vom Blitz. Komm, lauf, lauf, lauf. Guck mal, ein bisschen Sicherheit. Uiuiui. Hier seht ihr, seine Flosse ist der von Nakoa so ähnlich, besonders hier in dem Bereich. Und weiter zur Hüfte hin würde sie halt bei Nakoa immer orange, golden, gelb, na? Wie bei seinem Opa, also Samus Papa. Wie bei Kalani. Ah. Oh Mann. Was ist los? Sinn des Lebens. Na, eigentlich ist es gerade bei dir sehr gut gelaufen. Also eigentlich hast du einen Grund, fröhlich zu sein. Fröhlich zu sein! Die Ängste machen gerade keinen Sinn. Forschen und debattieren hat sie aber auch schon fast Level 5. Eigentlich läuft das ganz gut für sie gerade. Ich packe die Chili der Mappe mal ein. zack. Hallo? Hallo? Ich will die einpacken. Ich will die einpacken. So. Dann halt so. Dass sie ständig dahin rennen wollen. Oh, es hat aufgehört zu gewittern. Das ist gut. Ich liebe das mit den Inselgeistern. Ich finde das so schön. Guten Appetit, Samu. Gönn dir. Die Flosse von Nakua ist Custom Content. Die von Samu nicht. Nein. Wo gibt es den Aussteller mit den kleinen Bildern? Finde ich nie. Welchen Aussteller mit den kleinen Bildern? Welches meinst du? Aussteller mit den kleinen Bildern? Ich weiß leider nicht, was du meinst. Aufsteller. Welchen Aufsteller? Bei Ayanas Zimmer? In welchem Zimmer? Dann kann ich da nochmal nachgucken, was du meinst. Ich liebe auch Ayanas Zimmer. Das sieht auch so richtig schön Teenager-haft aus. Oh, Ayanas mit den Küken. Wir hatten lange keine Küken mehr. Auch hier mit den CDs. Mag ich sehr, sehr gerne. Das war das Zimmer von... Oder? Nein. Nee. Bei... Bei... Bei Ilja. Bei Ilja. Da war ja... Es ist ja auch so ein ähnliches Haus vom Schnitt her. Bei ihr mit den kleinen Bildern und Zweigen. Bildern und Zweigen. Ah, der hier. Ähm, der ist, ähm... Highschool-Jahre-Pack. Hast du das Highschool-Jahre-Pack? Ich kann mal gucken, wo man das findet. Raumteiler Bewaldete Oase heißt das auf jeden Fall. Und ist im Deko-Bereich auf Verschiedenes. Da findet man den. So, komm, Level 5 hätte ich gerne voll. Um Leveln spule ich jetzt einfach mal ein bisschen. Wir haben Silvester! Dann müssen wir eine Silvesterfeier machen. Ich würde sagen, Silvesterfeiern waren wir mal bei Ilja, oder? Fahren wir heute Abend zu Ilja. Makani ist da! Hallo, Makani. Makani ist unser kleiner Bruder. Wir werden die Silvester-Ratsche drehen. Und ich glaube, wir werden natürlich auch dankbar sein auf jeden Fall. Ja! Und wir werden natürlich auch mit ihm über die Sache mit Nakua reden, weil Nakua ist einfach so gerade das Thema hier in der Familie, weil halt wieder ein Sim verschwunden ist. Diesmal allerdings halt, weil er von zu Hause abgehauen ist. immer, wenn Sim abhaut, ne? Ilja ist damals abgehauen, um mit ihrem Freund durchzubrennen. Hat einen Krieg verursacht. Ist Kalani gestorben. Und da hat Samu ja auch seine Narbe im Gesicht zum Beispiel her. Dann, der nächste Sim, der verschwunden ist, war dann ihre Tochter, Kalina, die entführt worden ist und erst Jahre später wieder aufgetaucht ist. Und jetzt ist wieder ein Sim verschwunden, weil er auch wieder abgehauen ist. und das, ach, das stresst Samu. Das stresst Samu einfach. Und dann gehen wir wieder aus dem Klo. Ich weiß nicht, warum diese Badewanne immer blubbert. Weil ich nirgendwo sonst, aber bei ihm blubbert es immer. Nakua ist der, der denkt, er wird Vater. Genau. Also er ist jetzt quasi auch Vater, nur halt von einem Kuckuckskind. Er ist halt nicht der biologische Vater, er denkt aber, er ist der Vater. Dann werden wir das hier mal beanspruchen. Und heute Abend geht es zu Elia, zu Silvester, Sause. Guck mal, du bist fertig. Du kannst auch mal runter ins Bad gehen, sobald dein Vater da unten fertig ist. Kieseln, dann darfst du ein Bad nehmen, dann darfst du nochmal Gesichtsreiniger auftragen und dich frisch machen. Ah, und ich glaube, einen Mittagsschlaf würde dir noch gut tun, weil du bist doch ziemlich früh aufgestanden, damit du bis Mitternacht auch ruhig hältst. Und das ist vielleicht deine Aufgabe, dich heute um die Wupptiere zu kümmern. Und um die Pflanzen sollte sich Ayana eigentlich kümmern. Das kann sie ja machen nach dem Mittagsschlaf. Susu, Hallo. Sophie, Susu. Oh, ich liebe Alfonso. Alfonso ist cool. Alfonso ist cool. Eigentlich waren die Hühnchen der Koras Aufgabe. Seitdem er alt genug ist, das zu machen, macht er das immer. Ach ja. Äh. Excuse me? Kann ich Ihnen helfen? Ich will zu Ayana. Wir werden uns mal freundlich vorstellen. Du kannst gleich zu den Hühnern gehen. Hallo? Ist das eine Klassenkamerade von ihr? Sie kennt sie gar nicht. Selbstsüchtig und Insider. Du sollst ihr nicht deine ganze Lebensgeschichte erzählen, Samu. Ja, aber ihr könnt ja trotzdem mal ein von Herzen kommendes Kompliment machen und eine tiefgründige Unterhaltung. Er erzählt dir jetzt doch seine ganze Lebensgeschichte. Fantastisch. Ach. Wahrscheinlich erzählt Samu wieder über Nakoa. Hast du Nakoa gesehen? Hä, wer ist Nakoa? Keine Ahnung. Irgendwie sowas in der Art. Schön, dass ihr Baden Spaß macht. Hi. Nee, der hat keine mehr Jungfrau. Ah je. Nee, bevor du ins Bett gehst, machst du das bitte nochmal sauber. Dann ist frisch machen ist ja quasi das. Oh, hast du dich schick gemacht? Was hast du dich schick gemacht, Ayana? Genau, mach ihn mal sauber und dann kannst du oben. Er kriegt einen Anruf von Carlina. Ich meine, er freut sich auch, wenn Carlina anruft, aber trotzdem wird er wahrscheinlich sehr hektisch zum Telefon greifen, weil er glaubt, ähm, Nakoa meldet sich eventuell. Ja. Mach nochmal ein kleines Schläfchen. Ach Gott, wer kommt denn hier alles vorbei? Okay. Makani bedient sich einfach bei uns am Kühlschrank. Schön. Nee, doch nicht. Okay, tschüss Makani, bis später, wir sehen uns bei Ilja. Was zur Hölle? Bis zu da? Ja, Anturo. Ah, die machen hier einen Trinkspruch. Bei dem werden wir uns auch fröhlich vorstellen. Immer auf mit, äh, Carlina zu quatschen, du hast Gäste. Carlina hat bekannten Tratsch über Malio verbreitet. Warum? Carlina ist so eine Quatschnase. Hier ist so viel am blubbern. Ari, Salöchen. Schön, dass du da bist. Oh ja, ein Seniorenkumpel. Geek, gesellig und weise. Uh. Samu könnten wir auch den Trade weise geben, oder? Wollen wir Samu weise geben? Beziehungsweise, wir können ihm weise geben, nachdem er sich mit Nakoa wieder vertragen hat. Weil vorher hat er das, glaube ich, nicht verdient, dass wir ihn als weise bezeichnen, oder? Sie pennt noch. Du könntest, oh je. Nee, nee, husten ist nicht gut. Husten ist nicht gut. Haben wir keinen Teekocher? Wir haben keinen Teekocher. Hast du noch Medizin? Ja. Medizin nehmen. Hier wird nicht gehustet. Nicht, dass du die anderen ansteckst. Das geht nicht. Findest du toll, wie du dein Gameplay kommentierst, als würde man eine Serie anschauen. Macht richtig Spaß, so zu schauen. Das freut mich, Jenny. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich lege immer sehr, sehr viel Wert auf Storytelling. Ich liebe das. So liebe ich es, Sims zu spielen. So spiele ich tatsächlich auch Privat-Sims. Wenn ich mit Habi zusammenspiele, dann erzählen wir halt auch wirklich eine Geschichte. So, du könnt, oh, wer meldet sich hier? Nein, kein Abschlussball. Es ist Silvester. Tanzen. Tanzen könnt ihr nachher noch genug. Ja, mach nochmal ein kleines Nickerchen, bei 18 Uhr geht's los. Treffen wir uns mit Ilja. Beziehungsweise generell treffen wir uns dann mit der Family. Die haben so wenig Zeit hier im Wohnzimmer verbracht irgendwie. Ist sie einfach hier reingelatscht? Runa! Schade, dass sie ein Teenager ist, sonst hätte ich gesagt, ja, vielleicht freundet sie sich mit Samu an, Runa hilft bei der Suche nach Nakoa und dann, so wisst ihr. Aber ein Teenager ist vielleicht doch ein bisschen jung, wenn er ein Senior ist. Ein klitzekleines bisschen zu jung. So. Macht euch bitte einmal fertig. Hier hatten wir keinen Spiegel, ne? Aber oben haben wir einen Spiegel. Hier, mach dich mal bitte frisch. Du hast einen Spiegel in deinem Zimmer, du machst dich auch einmal frisch. So, einmal frisch machen nach dem Schlafen ist ganz gut. Freu dich zu Samu sein, das können wir anpinnen. Und dann, ähm, Feiern wie Silvester. Musik wird hier ausgeschaltet. Und dann fahren wir rüber in dem Haus, wo Samu aufgewachsen ist. Hier ist er ja erst eingezogen, nachdem er zum Häuptling von Sulani ernannt worden ist. Das heißt, hier ist er gar nicht aufgewachsen. Aber wir reisen jetzt dahin, wo er aufgewachsen ist. Alter, Alter. Also das Wetter ist ja echt schrecklich. So, wir machen ein gesellschaftliches Ereignis. Oh, er guckt das Bild von Kalina und Sienna an. Ich meine, Sienna müsste auch bald altern. Ereignis starten. Schwarz-Weiß-Party fände ich eigentlich ganz cool so für Silvester. Ich glaube, das fände ich ganz cool. Ähm, Prestige machen wir aber nicht. Sondern einfach nur so. So, Gastgeber ist so Samu, Gast, Ayana, Kalina, Makani, Malio, Luana, Dale laden wir natürlich ein. Rin. Ich glaube nicht, dass er Koa kommen würde, wenn wir ihn einladen würden. Aber Diawal laden wir natürlich ein. Abi, schön siehst du aus. Ilja natürlich, Chak gehört auch zur Familie, Kian auf jeden Fall. Ah, 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 ah. Na, Il, natürlich. Samu. Samu ist ja Gastgeber. Oder, was ist das? Zwei könnten wir theoretisch noch einladen, aber wir haben keine Familienangehörigen mehr. Hm. Warte, er hatte vier Geschwister. Makani, Luana, Malio und Ilja. Das sind alle. Nika ist schon gestorben, Kian. Die Familie schrumpft, Leute. Alles klar, Nadine. Das ist der deutsche Herrere, meines Sohnes, freundlich den Kopf waschen. Ah, viel Erfolg, macht das. Hier sind nicht mehr so viele. Wirklich, warum müssen wir hier doch auf Samu gehen? So. Das passt. Und wir feiern drei Ilja. Das wird bestimmt voll schön. Da starten wir ins neue Jahr. Immer wieder so eine richtig schöne, große Familienfeier. Aber krass, dass nur noch so wenig da sind. Der Kalia ist ja auch schon gestorben, Kianu ist schon tot. Es sind so viele schon tot, einfach. Das ist traurig, das ist richtig traurig. Vor allem, wenn Samus Generation dann weg ist. Oh, Samu! Schick siehst du aus! Makani sieht auch schick aus. Oh, Leute! Ihr habt euch schick gemacht! Das ist nicht schwarz-weiß, Rin. Das ist nicht schwarz-weiß. Wisst du? Was ich da bei Tante Ilja unterm Schirm versteckt? Äh, ja, unsere arme Kuhpflanze. Ach Gott! Ach Gott! Objekt zerstören. Hier, ich glaube, wir gehen alle mal rein. Ich muss hier mal kurz in den Bau-Modus gehen. Ähm, nee, bb.enable rebuild. So, jetzt kann ich hier in den Bau-Modus gehen. Damit wir hier mal eine Musikanlage hinstellen und so weiter. Hier sind noch Bilder von den Rileys. Oh! Kalani und Keanu als Teenager! Oh, Gottes Willen! Oh, Gottes Willen! Oh, hier hat Samu immer geübt. Der Geschicklichkeit müsste Nakoa eigentlich auch noch leveln. Oh, hier sind sie aufgewachsen! Das war Samus Zimmer! Das war Samus Zimmer! Das war Ilias Kinderzimmer! Warum kommen die ganzen Wiegen her? Das war Ketos Zimmer! Wow! Oh, Gott! Ah, hier ist Nael! Hi, Nael! So, was wollten wir? Genau, wir wollten eine Musikanlage. Wir brauchen Musik zum Tanzen! Elektronik! Schöne Musikanlage! Hm, ich finde, die passt hier eigentlich ganz gut in die Einrichtung. Das können wir auch ein bisschen wegstellen. Das ziehen wir auch so ein bisschen rüber. So, dann habe ich hier nämlich die Fläche zum Tanzen. So, das passt, denke ich. Ja, das alte Riley-Haus. Das sind echte Erinnerungen. Das ist Samu! Das ist Samu und Keto hat ja auch gemalt. Keto hat ja auch gemalt. Das sind Bilder, die Keto gemalt hat. Und jetzt hat ihr Urenkel das auch. Makua. Hier, da seht ihr Keto. Da ist Keto. Da war Samu noch ein Kind. Oh mein Gott, das alte Riley-Haus. Sie möchte Kai um ein Jank. No! So, einschalten. Wir machen jetzt Partymusik, Inselradio. Und dann tanzen wir dazu. Abschlussball überspringen. Gib kein Abschlussball. Jack ist ja das adoptierte Kind von Tenny. Tenny ist ja glaube ich auch schon gestorben. Es sind so viele schon gestorben. Und Samu kocht direkt. Butternut, Noki. Aber ich hoffe nicht nur für dich. Fühlt sich direkt wieder zu Hause, Samu. Er fühlt sich hier einfach direkt zu Hause. Der bedient sich hier. Er hat Abendessen gemacht für alle. Zum Essen rufen. Samu, du bist so süß, ne? Du bist so süß. Aber wir haben keinen Fernseher. Können wir da oben einen aufhängen? Weil eigentlich sind sie ja nicht so mit Fernseher. Aber ich fände es glaube ich ganz cool. Ilja ist ja sowieso ein bisschen moderner. Wenn wir da einen Fernseher aufhängen würden, damit wir dann Silvester-Countdown haben. Wisst ihr? Ob ich gerade wehmütig und sentimental werde? Niemals. Kommt euch das und sie essen alle zusammen. Das ist so lange her, wo wir alle so zusammen hatten. Diabal und Kian sind die Coolen. Die gehen auf die Schaukelstühle. Chuck wird hier zum Borontini. Ach ja, Borontini. Stimmt. Stimmt. Borontini? Warte, warum heißt du Borontini? Warum heißt du Borontini? Ach, wegen William. William war ein Borontini. Stimmt. Stimmt. Nail gefällt das scheinbar nicht so. Gut, Samu und Nail vertragen sich halt auch nicht so gut. muss man halt auch bedenken. Bibi, hi, schön, dass du da bist. Wie sieht es hier eigentlich aus? Viel Glück mit dem Wetter haben wir leider nicht. Dale geht voll ab. Ihr hättet Sienna ruhig mitnehmen können. Sienna hätte ich gerne noch kennengelernt. Da läuft schon. Es läuft schon der Countdown. Aber noch können wir den nicht gucken. Noch können wir den nicht gucken. Noch ist es nicht so weit. Alter. Wer lässt denn hier so rum? Samu, mach du mal bitte. Luana, warum bist du dann am weinen? Luana ist ja selten mal dabei. Luana ist ja eigentlich im Weltraum unterwegs, so auf Batuu mit ihrer Frau. Wobei es mit ihrer Frau ja auch nicht mehr so gut lief. Ach, schön. Schön, ihr könnt gerne zusammen tanzen. Ja, du möchtest doch bestimmt tanzen. Ich würde gerne allen sagen, dass sie tanzen sollen. Ich räume mal ein bisschen auf, ich bin mal so nett. Hier, Luana hat sich schon ein Getränk geholt. Schwarz-Weiß Party war eine tolle Idee irgendwie hier für Silvester, oder? Ilja beömmelt sich. Hier ging anscheinend mal gute Witze. Wobei, jetzt zieht sie eine Schnute. Samu räumt doch schon auf. Hier, ich lösche die Witzen mal. So, Samu, guck mal. Kannst ein bisschen mit deinem alten Kollegen quatschen. Was hältst du davon? Carlyna ist auch nicht so gut drauf. Liegt das am Wetter? Ich mache mal sonnig. Ich erlaube mir das mal. Diabal freut sich auch. Das ist einfach noch die Zeit, wo Diabal noch eine Familie hat und nicht alleine ist und der einzige Überlebende war. Das ist traurig. Silvester brauchst du noch nicht gucken. Geht tanzen. Heute ist Silvester. Oh Gott, das sind die Frühlingspflanzen. Oh mein Gottes. Hier war Murako immer. Murako hat das Ding geliebt. Dale fröhlich vorstellt. Das darfst du natürlich auch gerne machen. Aber es gibt mal keinen Stress, obwohl die Familiendynamiken ja teilweise wirklich sehr kompliziert sind. Das finde ich irgendwie sehr erfrischend. Malio und Samu haben so ähnliche Frisuren. Die haben echt die Locken gekriegt. Da sind die Locken durchgekommen bei den beiden. mit Hörnern tröten. Das ist schön. Frage von Samu anhören. Samu ist natürlich trotzdem traurig, dass Nakoa nicht da ist. Nakoa fehlt hier natürlich. Ach Mann. Nakoa, warum bist du nicht da? Warum hat Nakoa dich nochmal angerufen? Ich hatte so gehofft, dass er nochmal anruft. Hier sind auch noch Bilder. Oh, Ilja muss pieseln. Man sieht halt wirklich, wie lange wir das schon spielen. Möchtest du jetzt auch posten? Samu stößt auch an. Das ist gut. Habt ihr ein schönes Silvester. Gleich können wir den Countdown durchgehen mit Shushubi. Das freuen sich auch schon alle auf Shushubi. Alle gucken schon ganz gespannt auf den Fernseher. Okay. Okay. Silvester TV ansehen. Du auch. Silvester TV ansehen. Müssen wir eigentlich ähm Countdown bis Mitternacht im Fernseher. Ach, um 23 Uhr startet das erst. Ist es 23 Uhr? Countdown! Countdown! Und den Countdown ansehen. Kommt, Leute! Mit Shushubi! Na? Ja, du magst Inselmusik, das weiß ich. Geht los! Alle sind bereit! Bis auf Day, der muss pieseln. Liebe diese Familie einfach. Dankeschön! Diana, hi, schön, dass du da bist. Dale, nein, du verpasst den Countdown! Shushubi! 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 Gleich ist Mitternacht! Gleich ist das neue Jahr! Shushubi! Ich liebe das! Und? Shushubi! Shushubi! Gleich ist Mitternacht! Countdown! Ah ja, da guckt noch mal aufs Handy! Zehn! Neun! Acht! Sieben! Sechs! Fünf! Vier! Drei! Zwei! Eins! Prost! Neues Jahr! Shushubi! Ja, wir haben ein neues Jahr! Und die beiden umarmen sich direkt. Och, schön! Und zufälligerweise ist jetzt die Party vorbei. Wie gut ist das bitte? Wie gut ist das bitte? Wie... Ich hatte noch nie so eine perfekte Sims-Party, so eine perfekt getimete. Das ist fantastisch. Oh, Makani, was ist los? hier wurde geknutzt. Große Verabschiedung hier. Samu, du musst so dringend piseln, aber es sind alle so ein bisschen müde. Ja, Makani ist ja pingelig. Wollt ihr heute hier schlafen? Ihr könnt auch hier übernachten, wenn ihr wollt. Kein Problem, würde ja sogar Sinn machen, wenn ihr hier übernachtet, wenn ihr so lange da seid. Ich meine, ihr wohnt quasi da drüben. Ich habe immer das Gefühl, das ist Kalanis Segen. Wenn der Nachthimmel so erstrahlt. So, dann kannst du hier nochmal eben baden und dann kannst du ja, das ist ja nee, Ayanna, ich möchte nicht, dass du mit Naela in einem Bett schläfst. Das möchte ich nicht. Du kannst mit deinem Papa in seinem alten Zimmer schlafen. Was hältst du davon? Ich glaube, das fände ich schöner. Und mit Naela hat es nicht so viel zu tun. Und ich glaube, du möchtest nicht mit ihm in deinem Bett schlafen. Ich habe eine so tolle und liebe Mausi hier kennengelernt. Ich bin so dankbar, dass ich dich habe. Danke für deine Freundschaft. Ich habe dich sehr lieb. Oh, ihr seid so süß, Leute. Ihr seid so süß. Da ist Samu als Teenager. Wow. Einfach wow. Bevor du ins Bett gehst, vielleicht schreibst du in der Kur auch noch mal eine SMS. Aber es ist schön, dass sie dann heute hier übernachten. Das finde ich echt schön. Kann ich ja eigentlich auch automatische Lichter machen? Nee, kann ich nicht. Schade. Die Töpfchen. Die braucht ja auch schon lange nicht mehr. Ega und Nael. Na, Rin wird ja halt das Haus hier erben. Ach Gott, das waren Zeiten hier in diesem Haus. Kalani war hier immer schaukeln. Diese ganzen Erinnerungen hier. Wirklich. Silvester war erfolgreich. Ich liebe das. Das sieht so schön aus. Es ist auch schön, dass sie einfach hier auch pennen können, dass sie nicht rausgeschmissen werden. Wisst ihr noch, was das ist? Also ich meine, eigentlich muss es ja hier weg. So. Hat Samu ja mitgenommen. Das ist ja die versiegelte Nymphe. Erinnert ihr euch? Wo Kiano damals geholfen hat? Ui, ein neuer Follow. Alva, danke schön. Vielen, vielen Dank für deinen Follow. Guten Morgen. Schön, dass du da bist, Ayana. Erstmal pieseln. Ich glaube, unten müsste auch noch was zu essen stehen. Nee, haben alle aufgegessen. Die haben aufgegessen. Versichtsreiniger nochmal auftragen. Und dann kannst du... Vielleicht magst du ja Frühstück für alle machen. Warum muss ich eigentlich immer aufräumen, liebe Sims? Warum räumt ihr nicht selbstständig mal auf? Nee, hier Inselgeister. Geister kommunizieren. Ich glaube, Ayana ist dieser Kultur auch einfach wahnsinnig wichtig. Hier Frühstück... Nee, wir sind mehrere Leute. Da sollten wir vielleicht eine Partygröße zubereiten. Hier Eier und Toast für alle. Dann macht Ayana hier Frühstück. Na El ist auch schon wach. Ilja. Keine Ahnung, wo Ilja hin ist. Na Samu, wie ist es in deinem alten Kinderzimmer aufzuwachen? Oh, hier ist auch so, dass die linke Seite einen Nailer gekennzeichnet. Was? Kannst auch nochmal schnell ins Bad gehen, verbinden und baden. Er hat natürlich wieder aufs Handy geguckt, ob Nakoa sich gemeldet hat, hat er natürlich recht. Und dann kannst du runter, weil deine Tochter macht gerade Frühstück. Rin, du darfst gerne deine normalen Klamotten anziehen. Ich weiß nicht, warum du die ganze Zeit dieses Outfit trägst. Hier, bitteschön. Ich mach doch gerade was zu essen, Na El. Hast du eigentlich eine Beziehung zu Na El? Du kennst ihn nicht mal. Dann aber fröhlich vorstellen, du. Das geht so nicht. Uh, sieht gleich aus, als wäre das Essen fast fertig. Rin! Jetzt machst du was zu essen, jetzt wo ich das Essen fast fertig habe? Ich geb mir gerade so viel Mühe. James, hi, guten Morgen. Wobei, es ist schon halb vier, äh, halb vier, halb vierzehn Uhr. Hi, schön, dass du da bist. Ich koch nie wieder für euch. Also wirklich. So, aber Papa will doch bestimmt mein Essen haben, oder? Oh, Eier und Toast ist schlecht geworden. Schön, dass du da bist. Es steckt trotzdem Mühe drin. Breeze, danke schön für dein Follow. Ganz, ganz herzlichen Dank dir. Mach, was du möchtest, Tauni. Mach, was du möchtest. So, jetzt hast du dich ihm vorgestellt. So soll es sein. Romantische Musikliebhaber und selbstsicher. Ja, so richtig, ähm, die Chemie stimmt nicht so bei denen, aber ich glaube, da hat sie auch so ein bisschen die Ansichten ihres Vaters auch übernommen. Weil klar, hat Samuna eh mittlerweile so als Ehemann von seiner Schwester akzeptiert, aber so richtig gefallen tut es ihm halt trotzdem einfach nicht. Imartia Royals, danke schön für dein Follow. Ganz, ganz herzlichen Dank dir. Hab's leider jetzt das geschafft, reinzuschauen. Ist trotzdem schön, dass du da bist, Vivi. Mir geht's auch gut. Ja, danke schön. So, Samu, frühstück. Um Rat bitten. Warum, was ist los? Ach, da ist Ilja. Ilja, wo warst du? Ayana, eigentlich hab ich dich besser erzogen. Du hättest eigentlich schon mal deinen Teller wegräumen können, ne? Er isst das schlechte Essen seiner Tochter. So ein toller Papa. So, was für eine Frage hast du, Ayana? Ich bin jetzt erwachsen. Ich bin jetzt alt genug, um hinzugehen, wo ich will und zu tun, was ich will. Könntest du mich jetzt bitte wie ein Erwachsener behandeln? Oh mein Gott, das passt richtig gut. Nach dem Motto, trau mir mehr zu. Ich bin kein kleines Kind mehr. Nakua traust du auch so viel zu. Warum mir nicht? Samu wird, glaube ich, antworten, können wir das zu Hause besprechen und nicht vor den anderen. Ach. Deswegen, ähm. Du wirst immer mein kleines Baby sein. Ja, leider. Ich meine, ist ja auch einerseits schön, aber... Und sie ärgert sich natürlich. Natürlich ärgert sie sich. Kann ich gut verstehen, Ayana. Ich würde mich auch an deiner Stelle ärgern. Ja, nimm einfach nochmal einen Bart, dann geht es dir nämlich ganz gut. Ja, wir treffen uns mit Diabal. Wir treffen uns mit Diabal. Ich bin gespannt, wohin er uns entführt. Hi Farina, schön, dass du da bist. Hello, hello. Irgendwie zum rostigen Hufeisen. Ist das die Bar? Habe ich die doch gar nicht ersetzt hier in dem Spielstand? Das wäre es ja jetzt. Dann müssen wir das eben noch ersetzen. Nee, guck mal, ist was anderes. Halt Diabal. Er freut sich, dass er ihn mal wieder sieht. Hier, Witz über alte Zeiten. Ich will keinen Job, ich bin Rentner. Er leuchtet schon wieder so komisch. Oh, Makani ist auch da. Haben wir eine Gruppenversammlung? Nee. Aber fast. Im Grunde haben wir eine Gruppenversammlung. Wir haben eine Gruppenversammlung, Leute. Bei Diabal hat er bestimmt gesehen, Samu muss mal wieder raus vor die Tür. Also lade ich ihn ein und Frage über Technologie stellen. Oh, Samu, ist es jetzt schon so weit? Samu muss einfach mal wieder raus und Diabal dachte, ich trommel alle zusammen. Samu wird doch sagen, Diabal, du wirst doch keinen Tag älter, oder? Du siehst immer noch aus wie 25. So, ja, geh nach. Hier, komm, geht mal rein. Uh, Cowboy-Gruppentanz. Mach das mal. Aber bricht dir nicht das Kreuz, Samu. Irgendwie finde ich das voll süß. Nee, Samu hat keinen kennengelernt. Da hat er den Kopf gerade nicht für. Bin mal gespannt, ob er das hinkriegt. Makani spürt das schon voll. Makani, alles wartet auf dich. So, Gentlemen. Ja, die haben es doch voll drauf. Ach, das ist schön. Es ist so schön. Und dafür, dass Samu und Makani eigentlich schon Senioren sind, rocken die das. Stehen Diabal in nichts nach. Und Malio ist ja noch ein Erwachsener. Ich weiß gar nicht, wann Malio zum Senior wird. Aber Malio war ja der Jüngste von denen. Ach, guck mal, Samu ist sehr glücklich. Das tut ihm, glaube ich, ganz gut. Da steppt der Fuchs auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Steppt da der Fuchs. Wer ist das? Elena Palm. Da ist Clay Carla. Dann haben wir auch Sims von euch. Oh mein Gott, können wir über den Bart vom Barkeeper reden? Wie perfekt passt der? Don. Ich liebe Don. Don ist saucool. Don ist toll. Na, seid ihr fertig? Alter, ihr seid so fit, Jungs, ne? Ihr beide seid die Senioren, aber ihr wollt es doch mal allen zeigen, dass ihr noch nicht alt seid, Dass ihr noch nicht zum alten Eisen gehört, auch wenn du Fragen über Technologie stellst. Oh, er ist sehr energiegeladen. Ach, schön. Das war eine tolle Idee von der, weil, einfach mal wieder alle zusammen zu trommeln. Das war eine richtig tolle Idee. Ich liebe die Welt die Welt halt auch voll, die Welt halt auch voll, ne? Hier hätte ich mir sonst auch vorstellen können, dass, dass, äh, die Rallys vielleicht hier noch so einen Zweig haben. Ein Pferdchen? Juniper ist auch so ein schöner Name und ich liebe halt ihre Haare. Star Bright. Hallo, Star Bright. Hello. Oh, schön. Das ist so schön. Ne, zwischen Samu und Makani ist die Familiendynamik nicht schwierig. Wie kommt ihr darauf? Was macht ihr? Zankt ihr euch? Ihr quatscht doch nur, warum ist es schwierig? Was fragst du ihn? Ein Nachtag fragen. Immer alles gut. Nur Kian hat keinen Bock auf die Gruppe. Stimmt, wo ist Kian eigentlich? Oh, ich glaube, ich hatte Kian rausgenommen. Ähm. Weil er sich ja eigentlich so ein bisschen zurückziehen sollte, damit er halt in Richtung Biest geht langsam. Deswegen hatte ich ihn, glaube ich, damals rausgenommen. Der Kian kapselt sich so ein bisschen ab. Das stimmt. Das stimmt. Du machst jetzt für uns alle was zu essen. Danke dir, aber. Was gibt es denn? Irgendeine Art Buletten scheinbar. Ah! Haben wir eben nicht noch gesagt, er hat sich abgekapselt? Ne, er kommt noch später. Der Kian! Da ist er. Hi, Kian! Adael ist auch da, Alexis ist da. Hier geht's wieder ab. Ist das nicht Emma? Genau, das ist Emma. Mutter des zweiten Kindes von, von Dings. Chinmay? Ich hab dich jetzt eher in der Großstadt vermutet. Wow. 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 Oh, Aldazio. Oh. Fantastisch. So, Ayana. Ich wechsle mal noch Ayana. Kontrolle auf Ayana umschalten. Ja. Dann kann Samu da mit seinen Brüdern oder seinen Brüdern und seinen Cousins noch ein bisschen Zeit verbringen. Und Ayana kümmert sich um Zuhause. Zumal sie ja eigentlich noch Kai um ein Date bitten wollte. Eigentlich ist sie ja sehr selbstsicher. Weiß, was sie will. Andererseits ist sie halt auch ein Teenager und hat halt so mit den typischen Unsicherheiten noch so zu kämpfen. Ich weiß nicht, ob sie Kai auf ein Date einladen würde, ob sie fragen würde. Sie schickt ihm einfach mal eine SMS, würde ich sagen. Hey, ich hab dich doch gerade duschen geschickt. Warum stinkst du schon wieder? Und ich räume das Essen mal in den... Kann ich gar nicht. Hier, dann leg das mal bitte weg. Samu hat gar nicht aufgegessen. Hat ihm wohl doch nicht geschmeckt. Oh, schade. Schade. Hattest du Kai jetzt geschrieben oder nicht? Wirklich SMM schicken? Sehr gut. Anduana ist am schwimmen scheinbar. Ne, nicht Profil öffnen. Ich seh's gar nicht hier. Okay. Aber Kai meldet sich gerade nicht. Oh. Wir können ja mal alles ernten. Da hat unsere Tante bestimmt nichts dagegen. Und jeden. Wir lieben ja Gartenarbeit. Kannst du hier ein bisschen im Garten helfen? Vielleicht steckt dir deine Tante auch ein bisschen Taschengeld dafür zu. Ich denke, das passt. Willkommen zurück, Lamalina. Kian kommt stark nach seinem Vater, finde ich. Ja. Ja. Kian ist wirklich... Ja. Wie der Vater, so der Sohn. Da passt das Sprichwort wieder. Sehr, sehr gut. Guck mal, Ayana. Da hast du vielleicht noch ein bisschen was zum Anpflanzen. Ich meine, hier sind die Sachen geschützt. Sind sie bei uns auf der Farm natürlich eher nicht. Es war schön, mal wieder hier ein paar mehr Sims zu haben. Schnüffeln? Nee, das wirst du nicht machen. Du wirst nicht schnüffeln. Du bist gut erzogen. So, mach mal hin, ne? Da kriegst du nämlich ein bisschen deine Gartenfähigkeit hoch. Uh, die Verantwortung reicht aus. Uh. Das ist sehr, sehr gut. Sie ist richtig gut erzogen. Nur emotionale Kontrolle müssen wir noch ein bisschen hochleveln bei ihr. Ansonsten läuft das fantastisch. Irgendwie funktioniert das nicht so gut mit den Pflanzen, ha? Komm, wir gehen mal nach Hause. Kai hat sich leider nicht nochmal gemeldet. Ich glaube, das verunsichert Ayana so ein bisschen. Nach Hause schwimmen? Okay, na gut. Sie wohnt auf einer Insel, ne? Also sogar auf einer Insel. Auf einer Insel. So, irgendwas, was ich meine. Hätte eigentlich Englisch, aber fällt aus. Und Mathe haben wir Aufgaben. Bin schon zu Hause, deswegen. Oh, das ist doch schön. So kann man schön in den Nachmittag starten, oder? Ein bisschen früher als gedacht. Ich glaube, sie grübelt auch viel über Kai nach, so ein bisschen. Ist natürlich gerade nicht so ihr Hauptthema. Aber immer wenn sie so ein bisschen Ruhe hat, denkt sie halt schon an den Nachmittag mit Kai zurück. Wo sie einen Kaffee trinken wollen. Oh, Samu ist auch wieder da. Hi! Wo bist du denn? Okay. Einmal bitte Hühner füttern. Und Samu? Guck mal, hier ist ja alles gut. Dann kannst du hier nochmal weiterentwickeln. Ah, Jana, schau mal. Du kannst alles verkaufen. Und hier musst du auf jeden Fall noch jäten. Ich hoffe, das funktioniert diesmal mit dem Jäten. Sie mit ihrer Sonnenbrille. Ich liebe ihren Badeanzug, also ihren Bikini. Ich finde den so schön. Juli, hi, schön, dass du da bist. Ah, du bist hier wieder am Trainieren. Jetzt fühlst du dich wieder energiegeladen. Das ist schön. Jun! Wir werden sie mal hereinbitten. Erinnert ihr euch an Jun? Jun war damals Samus erster Flirt. Erinnert ihr euch daran? Ich weiß nicht, ob sie sogar sein erstes Mal damals war. Also ich meine, ich wundern, sie ist eine junge Erwachsene. Sie ist eine Vampirin. Ähm, Tag verschönern und wir werden ihr schmeicheln. Nach dem Motto, toll siehst du aus, du bist keinen Tag gealtert. Ja, ich bin ja auch eine Vampirin. Ich glaube, sie war eine Vampirin. Hier, Komplimente schmeicheln. Krass! Ist das noch hier drin? Nee. Ja, sie ist eine Vampirin auf jeden Fall. Ach Gott, Jun. Jun! Das ist ja lange her. Sitzt du da im Dreck? Uh, wir können hier auch weiterentwickeln. Hier glaube ich nicht. Hier können wir noch weiterentwickeln. Die sind hier alle außerhalb der Saison. Ich finde das so toll, dass das hier jetzt angezeigt wird und dass sie sich nicht mehr zurücksetzen. Es ist so viel angenehmer als vorher. Mein Bestreben, fünf verschiedene Pflanzen weiterentwickeln. Oh, da müssen wir ja nur noch fünf weiterentwickeln. Kalina, nein, wir haben uns vorhin erst gesehen. Alles gut. Ich habe gerade einen Gast. Über Modescherzen. Und Fitness-Sperm, weil du ja gerade Sparren warst. Über Logik-Rätsel reden. Was halt so Samus Interessen sind. Oh, du hast Hunger. Willst du dich nochmal versuchen? Ah. Würde sie nicht. Ich glaube, sie würde nicht. Nach der Mutter, er hat nicht geantwortet. Nee. Dann ziehst du jetzt einfach dein Ding durch. Du läufst keinem Typen hinterher. Das machst du nicht, Ayanna. Genau, die erste Freude von Samu. Dass die hier jetzt wieder auftaucht, finde ich sehr interessant. Oder? Samu kann gut kochen. Sein Sohn nicht. Sein Sohn ist auch schon auch nicht. Selin, hi, schön, dass du da bist. Hallihallo. Aha. Dann kannst du das aber gleich aufräumen, wenn du aufgegessen hast. Ist aber noch nicht aufgegessen. Nee. Lass haben wir mal mit Jun alleine. Hier, räume bitte auf. Dann darfst du... Wieseln. Samu, das ist dein Gast. Das ist dein Gast. Lebenshilfe zum Thema Verantwortung geben. Nein, das machst du mal nicht. Hier, freundlich, tiefgründige Gedanken. Lebenshilfe zum Thema Geld geben. Angst vor Vampiren zu geben. Nein. Du wirst... Zum Thema Liebe... Du wirst eine tiefgründige Unterhaltung mit dir haben. Das finde ich ganz gut. Dann könnt ihr so ein bisschen über alte Zeiten reden. So, du musst mit deinen Pflichten durch. Die Hühnchen schlafen schon. Alfonso geht's gut. Da kannst du hoch in dein Zimmer gehen, weil sie möchte ihrem Vater gerade, wenn er Besuch hat, ein bisschen Privatsphäre geben. Dann würde ich sagen, du wirst ein bisschen debattieren üben, bevor du dann schlafen gehst. Und er unterhält sich gut mit Jun. Wie über Kochen reden. Und Interessen schwärmen. Finde ich irgendwie gut. Kochtipps geben, ja. Weil sie ja unbedingt Kochtipps braucht als Vampirin. Dass Julia einfach wieder auftaucht. Und er lacht mal wieder. Das ist schön. Das ist schön. Und das, obwohl er an der Koa weg ist. An schöne Zeiten erinnern. Ja, sowas wollte ich machen. Warum stand da Sanftpüssen? Ja, eine absolut unangemessene Frage stellen passt, glaube ich, gut zu Samu. Ich stelle einfach mal eine absolut unangemessene Frage. Weil immerhin waren die beiden ja schon mal ein Paar. Das hat irgendwie so eine Fragestellung von früher. So, ja, erinnerst du dich noch, als wäre damals... Und dann halt was völlig unangebrachtes. Aber sie hat das gut aufgenommen. Das ist schön. Genau, dann ist mal was, Samu. Wo will sie jetzt hin? Wo will sie hin? Lesen? Warum will sie denn jetzt lesen? Ich muss los, Samu, dass du dir Zeit genommen hast. Okay, ähm... Es war schön, dich wiederzusehen, June. Vielleicht sieht man sich ja nochmal wieder, wenn du möchtest. Dann kannst du ein Bad nehmen, auf die Toilette gehen und schlafen. Für dich ist eigentlich auch schon spät. Du könntest auch schon mal ins Bett gehen. Sehr gut. Es war gerade so dumm, ich dachte so, hey, warum ist da nichts? Was ist los? In eine Phase eintreten. Oh, Ayana macht eine Phase durch. Sie hat eine gemeine Phase eingeläutet und ist fies zu anderen Sims. Mh, das kann ja heiter werden. Das kann ja heiter werden. Oh, ich liebe seine Tattoos, ne? Lesen, ist Samu so langweilig? I don't think so. Scheinbar. Scheinbar. Ah, der hat so Armmuskeln, ne? Guckt euch mal den Bizeps von Samu an. Und das als Opa. Also, also Samu, mein Lieber. Also Samu. Ich würde eigentlich noch gucken. Wo ist mal Leo? Oh, der Kur ist auch gerade irgendwo baden, schwimmen. Wie auch immer. Und mal Leo ist doch relativ lange, ähm... Ein Erwachsener. Warum wohnst du in der Schule? Warum wohnst du in der Schule? Ist bei mal Leo alles in Ordnung? Und als Teenager war Samu eher knuddelig. Das stimmt. Und dann als junger Erwachsener BAM! Oh, Rachel! Rachel bekommt ein Baby! Wollten wir das Baby nicht Rachel nennen? Ich kippe ihn jetzt wieder ein. Samu, warte, warte, warte. Reparierst du das doch einmal bitte? Du hast es kaputt gemacht, du musst es heile machen. Nakua ist nicht da, um dir das abzunehmen. Das musst du jetzt alleine machen. Aber ich finde es schön, dass er einen Seniorenkumpel gefunden hat. Hier in Arturo. Das finde ich irgendwie sehr schön. Du bist auch müde. Ist auch schon halb zwei. Och, Samu, Samu, Samu. Die Tuning-Teile brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich brauche mir mal weg. Da, 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 da. So. Samu, wett. Schlafen. Die linke Seite des Samus. Wo hast du das Geschirr denn jetzt her? Wo hast du das denn jetzt hergezaubert? Danke, Samu. Danke. Die hatten so ein schönes Silvesterfest. So, Weihnachten war echt traurig. Aber Silvester war irgendwie echt schön. Auch wenn Nakua halt nicht dabei war. Aber im nächsten Jahr ist er garantiert wieder dabei. Ich hatte so gehofft, dass Nakua sich gemeldet. Nach, 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 nach. Ich speichere hier mal. Oh, Baby. Und dann will ich einmal kurz rüber zu Nakua wechseln. Und nochmal schauen wegen Geburtstag und wie es denen so geht. Wie gesagt, wir wechseln ja momentan zwischen dem Haushalt von Ayana und dem Haushalt von Nakua. Immer so ein bisschen hin und her. Aber halt beide Geschichten erzählen wollen. Und ich finde es echt schön. Ich finde es echt schön. Ich werde gleich den Part nochmal anschauen. Danke, Farina. Ich mache das sehr, sehr gerne. Also wir haben halt heute erst mit Nakua angefangen und sind dann auf Ayana gewechselt. So, weil Nakua wohnt jetzt hier. Dass sein Name einfach falsch angezeigt wird. Nakoa. Wo ist er? Er ist auf Sulani. Er ist auf Sulani. So ganz fernbleiben konnte der Familie dann doch nicht. Das freut mich gerade so. Obwohl er von zu Hause weggelaufen ist, hat er sich trotzdem nicht von Ayana losgesagt. Und hat trotzdem irgendwie trotzdem, wie oft will ich trotzdem sagen, einfach trotzdem noch Kontakt zu seiner Familie, auch wenn er sich nicht bei seinem Vater meldet. Oh. Oh, das finde ich schön gerade. Das freut mich gerade mega. Das ist ein schöner Abschluss für heute, finde ich. Sehr gerne. Ich werde mich dann auch um die Radies konzentrieren. Vier Stunden streamen. Dazu brauche ich eine Woche. Ich weiß, das hat es doch schon häufiger erzählt. Huch! Wo bist du? Wo bist du und was machst du? Das sieht so gefährlich aus hier. Wo ist das? Und warum legen hier so viele Tonklumpen? Warum treiben hier Tonklumpen? Ich glaube, er hat irgendein Versteck gefunden. Er hat irgendein Versteck gefunden. Was machst du hier? Ich habe das noch nie auf Solani gesehen. Ich habe das noch nie auf Solani gesehen. Was ist das? Das sieht aus wie ein Versteck. Das hier, das ist kein natürlicher Stein. Das sieht aus wie eine Ruine. Da sind Kacheln drin. Das ist eine Ruine. Und da hinten geht es weiter. Seht ihr das? Wo treibst du dich hier rum? Okay, ich habe keine Ahnung, was Nakua hier vorhat. Und wo er hier reingeraten ist. Aber es ist 14 Uhr, ihr Lieben. Das war es mit dem Rally Stream für heute. Wir machen da das nächste Mal weiter. Vielen Dank fürs Zusehen an YouTube. Vielen Dank fürs Nachschauen, wie ihr live mal dabei sein wollt. Unten in der Videobeschreibung ist der Link, wenn ihr Lust drauf habt. Ihr bräuchtet zum Beispiel nicht mal einen Account zum Zuschauen, sondern einfach nur auf den Link draufklicken. Wenn ich dann live bin, dann könnt ihr auch ohne Account zum Schauen. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye. Mua. 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 Vielen Dank.